Zwischen 1910 und 1930 ist Hans-Heinz Evers über Deutschland hinaus bekannt wie ein bunter Hund. Seine künstlerische Laufbahn gewinnt an ständig beschleunigender Fahrt mit Oscar Wilde und endet als entsetzlicher Unfall mit Adolf Hitler. Kapriziöse Ekstasen und schlummernde Dämonen werden zu ständigen Begleitern des rastlosen Geistes, formen ihn zum Grenzgänger par excellence. Neben seinem literarischen Werk, das unerhörte Auflagen erfährt und in 20 Sprachen übersetzt wird, sowie seinem Schaffen als Filmpionier heben ihm die Medien häufig als Privatperson hervor, was allerdings nicht immer Huldigung bedeutet. Von rechts und links wie aus der Mitte wurde ich in gleicher Weise beschimpft. Ein konservativ-antisemitisches Blatt nannte mich einen perversen Judenjungen, dessen widerlicher Reklamesucht nichts heilig sei. Eine unabhängige sozialistische Wochenschrift beschimpfte mich als einen pornografischen Nichtsgönner, der stets nur mit fremden Federn prunke. Ein Zentrumsblatt meinte, dass es sich vermutlich um den kindischen Versuch eines talentlosen Maulhelden handele, gegen die Jesuiten Stimmung zu machen. Tatsächlich befördern Abenteuer, Exzesse und ein wüstes Leben die Popularität seiner Werke. Skandale, wie der durch eine junge Wienerin, die sich aus Liebe zu Evers erschießt und von diesem Postmortem zur literarischen Figur gemacht wird, hallen lange nach. Seine Schilderungen menschlicher Abgründe mit bestialischem Ereignischarakter verstören die Zeitgenossen. Bei Lesungen kommt es zu Ohnmachtsanfällen. Nicht umsonst wird er damals als deutscher Edgar Allan Poe und heute als Stephen King des wilhelminischen Kaiserreichs bezeichnet. Wir begeben uns mit diesem Paradiesvogel auf ortlose Gebiete zwischen Bohem und bürgerlicher Existenz, Philosemitismus und Nationalismus, Voodoo und Wissenschaft, Mann und Frau sowie sphärischen Wandlungen und realen Drogen. Die erste Stunde unserer Sendung steht im Zeichen künstlerischer Selbstfindung und zeigt den jungen Hans-Heinz Evers zwischen Hypnose, Kabarett, Märchen und Weltenbummel. Die zweite Stunde beschreibt den glanzvollen Erfolg seiner Bücher ab 1906, zeigt den Provokateur und Dandy sowie das frühe Filmgeschäft. Die dritte Stunde umreist die Zeit in den USA während des Ersten Weltkriegs und widmet sich Evers als Ameisenforscher in den 20er Jahren. Und schließlich erleben wir einen Teufelspakt in Nazideutschland und den daraus resultierenden Untergang eines schillernden Künstlers. Ich stand vor der Universität, eingekallt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher und die zuckenden Flammen fliegen und hörte die Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hing über der Stadt. Der Kopf einer zerschlagenen Büste Magnus Hirschfelds stak auf einer langen Stange, die hoch über der stummen Menschenmenge hin und her schwankte. Es war widerlich. Plötzlich rief eine schrille Frauenstimme, dort steht ja der Kästner. Eine junge Kabarettistin, die sich mit einem Kollegen durch die Menge zwängte, hatte mich stehen sehen und ihre Verblüffung übertrieben laut Ausdruck verliehen. Mir wurde unbehaglich zumute, das gescheit nichts, obwohl in diesen Tagen gerade sehr viel zu geschehen pflegte. Die Bücher flogen weiter ins Feuer, die Tiraden ertönten weiterhin und die Gesichter der braunen Studentengarte blickten, Sturmriemen unterm Kinn, unverändert geradeaus, hinüber zu dem Flammenstoß. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann. Neben den Büchern von Freud, Römarek, Tucholsky und Kästner werden auch Werke von Evers verbrannt. Widerlich. Einfach widerlich. Wollte mich mit diesen Possen ein wenig aufheitern und nun ist mir kotzübel. Mein Gott, die Büste von Hirschfeld. Wie gut, dass ich dich in Ascona weiß, Magnus. Die würden dich einfach. Ist das alles real? Sowas hätten wir nicht zu träumen gewagt. Die Poesie des Augenblicks zogen wir aus einer hypnotischen Wirklichkeit. Vielleicht waren wir nie auf dieser Welt. Aber wer will das bei dem Anblick? Waren unsere Entgrenzungen von Gesetz und Uhr nicht wundervoll? Meine Vorträge im wissenschaftlich-humanitären Komitee zur geschlechtlichen Offenheit. Deine Idee. Die drei Prachtbände Liebe im Orient über die Kunst sexueller Praktiken. Meine. Jetzt sind wir hart aufgeschlagen. Im Gegensatz zu mir hast du geahnt, wo die hübsche Reise hingeht. Das gibt's doch nicht als Kästner. Kommt zu glauben. Steht genauso dämlich wie ich bei der eigenen Bücherverbrennung. Aber glotzt durch mich durch, der feine Herr. Will mich nicht kennen. Wie die anderen. Bin der Einzige, der auch noch von den Verfemten verfemt wird. Und recht habt ihr. Patzo, Patzo, Piero. Seit ich den Wessel-Roman geschrieben hab, dies more than rotten work, bin ich. Yes. Wer sich mit Nazi-Pack einlässt, wird selbst zu Kot. Mir ist verdammt übel. Muss nach Hause. Schon der junge Hans Heinz, der 1871 in Düsseldorf geboren wird, versteht sich als Außenseiter und versteckt sich hinter der Maske des Pierros. Sein Leben gleicht einem Abenteuerroman und seine Geschichten sind erlebte Gestaltung. Der Versuch, Wirklichkeit und Fantasie dieser Schriften aufzuschlüsseln, endet in Maskeraden ad infinitum. Ein Beispiel. In Bonn hieß ich als Student der Pistolenhans. Und oft genug gingen andere Studenten aus dem Lokal, in dem ich saß mit den Worten »Hier riecht's nach Pulver«. Ich galt als und war ein wilder Raufbold. Und doch war es reine Maske. Ich war drinnen unendlich weich. Männer sahen das nicht. Frauen merkten's leicht. Instinktiv. Auch beim Mummenschanz geliebter Kollegen, wie dem Dramatiker und Bürgerschreck Wedekind oder dem modernen Tonschöpfer Ferruccio Busoni, schaut er sehr genau hin. Für die Erinnerungen der allseits bekannten Fratellini-Clowns schreibt er ein Vorwort. Zwischen den späten 1890er Jahren und 1911 zeichnet Evers seine Essays in Zeitschriften häufig mit Cyrano, aber auch mit Nazi. Im Nachlass des Dichters findet sich die siebenteilige Handschrift der Erzählung »Nazi« vom Oktober 1891. Dort schreibt der 19-Jährige Die frühen Evers-Texte bieten natürlich keineswegs frühe Merkmale seiner 40 Jahre späteren Mésallions mit den Nationalsozialisten. Denn Nazi hat hier noch die mundartliche Bedeutung von »Wagemut« oder »Schürzenjäger« und ist in dieser Form auch von Wilhelm Busch benutzt worden. Von dieser Konnotation zwischen Liebeskunst und Traufgängertum ist der junge Schwärmer durchdrungen. Vor allem versucht er Lili, die gescheiterte Liebe seiner Jugend, zu kompensieren, was nicht recht gelingt, denn sie wird in unterschiedlichen erotischen Facetten über 40 Jahre durch seine Werke schimmern. War ein Bub von 16 Jahren, als sie mich gefangen, mir den Strick von Mädchenhaar um den Hals gehangen. Lili pfiff ein Nachrichtstück aus verschleimter Kehle. Doch ich glaubte an die Musik wie an meine Seele. Lili pfiff und feierlich schwang ich meine Beine. Wie ein Äffchen tanzte ich stolz an ihrer Leine. »Heut spiel ich zum Tanze auf, Rausche und Posaune, und die Mädchen schauen herauf, springen meiner Laune. Polka hopst Elisabeth Walzer, schleift mir Ella, Concon tanzt die schwarze Gret, Steni Tarantella. Ach, wie gerne geb ich doch Fiedeln, Hopsen, Schleifen, tanzt als Äffchen einmal noch, ich an Lili's Pfeifen.« Trotz der Krise mit Lili bewältigt Hans-Heinz Evers im März 1891 knapp sein Abitur und notiert ins Tagebuch. »Wenn ich im Examen durchgefallen wäre, hätte ich einen guten Grund gehabt, mich totzuschießen. Ich hatte mir einen Revolver besorgt und ein paar Worte an Lili geschrieben. Sonst war ja nichts zu tun. Leider Gottes fiel ich nicht durch, sondern bestand recht gut. So muss ich's wieder aufschieben. Wie lange?« Der 19-Jährige tritt unmittelbar dem Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiment Nummer 1 in Berlin bei, wird jedoch nach 44 Tagen wegen Kurzsichtigkeit entlassen. Einmal in der Stadt seiner Wünsche schreibt er sich sofort an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität für Jura ein und notiert am 20. Mai 1891 »Ich brauche Liebe und ich muss Liebe haben. Ich giere nach einem Herz, das für mich schlägt. Ich sehne mich danach. Das ist mein Traum im Wachen und im Schlafen. Liebe, Liebe. Ich will lieben und ich will geliebt sein.« Evers genießt ausgiebig das Studentenleben, hat ungezählte Affären, fühlt sich in der künstlerischen Halbwelt Berlins zu Hause und sammelt Erfahrungen mit Prostituierten. Die Herausgeber der Briefe Franziska zu Rewendloffs bringen den schweren Nöter in die Nähe der sagenumwobenen Gräfin, die die Münchner Bohem in Atem hielt. Was mentalitätsgeschichtlich gut gepasst hätte, verwechseln ihn dabei jedoch mit dem Autor Ludwig Evers. In Wirklichkeit gilt seine Leidenschaft der jungen Malerin und Philosophin Margarete Suessmann, die später im George-Kreis agiert und mit ungewöhnlichen Publikationen reüssiert. Stefan George schätzt ihre Verse und fordert sie auf, die Blätter für die Kunst zu bereichern. Eine nur wenigen Autoren vergönnte Gunst, welche die selbstbewusste Intellektuelle jedoch ablehnt. Denn bereits mit Evers lernt Suessmann eigene Wege zu gehen. In ihren Erinnerungen schreibt sie, dass ihr dieser Liebhaber das Leben in mehr als einer Hinsicht erschwerte, aber sie von ihm eine Anzahl wirklich schöner Gedichte bewahrt habe. Nach der stürmischen Art von Hans-Heinz Evers fühle sie sich zu einem Mann mit stillem und zurückhaltendem Wesen hingezogen. In Evers Nachlass findet sich das an sie gerichtete vierseitige Fragment »Eine Nacht« vom Juli 1895. »Weiß Gefieder wilder Schwäne in der Luft, ein irrer Reiter, meine steuerlosen Kähne treiben langsam weiter.« Die an den George Duktus angelehnten Verse des nunmehr 25-Jährigen formulieren das Lebensmotto eines unabhängigen und ruhelos umherirrenden Geistes. Der entwickelt neben feinen Nerven für Poesie und Märchen auch ein sensibles Gespür für avantgardistische Literatur, erfolgversprechende künstlerische Inszenierungen und stimulierende Drogen. Evers setzt sich intensiv mit Hypnose-Techniken auseinander und tritt in seiner Heimatstadt Düsseldorf der psychologischen Gesellschaft bei, die in Wahrheit ein spiritistischer Zirkel ist. Die Gründungsmitglieder werden kompromittiert, indem er bei Seancen vorgibt, ein begnadetes Medium zu sein und einem vorgegaukelten Chopin Derbe-Sottisen in den Mund legt. Die Notabeln der Gesellschaft zeigen ihn wegen Ehrenwortbruchs und Betrugs an. Während des Karnevals 1896 wird daraufhin einer der Ankläger von Evers geohrfeigt und zusätzlich werden ihm von seinen maskierten Freunden die Kleider heruntergerissen. Das sich daraus ergebende öffentliche Aufsehen wurde anderthalb Jahre von der Presse verfolgt. Privat machte Evers Hypnose-Experimente mit seinen Liebhaberinnen, auch mit Lili, und thematisiert dies im Jahr 1899 in einer sehr frühen Geschichte. Sie war ein prachtvolles Medium. Jeden Befehl führte sie aus, sang, spielte. Wir hätten so auf die Bühne gehen können. Ein leichter Druck der Hand, schlafe, Liebchen. Und sie lehnte sich zurück, schlummerte. Es war mir ein unbekanntes, unbeschreiblich süßes Gefühl, sie so schlafend in meinem Arm zu wissen. Atemlos, unbeweglich lag sie da. Ich küßte ihre Locken, ihre Augen, den Mund, die Hände. Und dann, oh, ich wußte kaum, was ich tat, riß ihr Kleid auf und bedeckte mit Küssen ihre weißen Brüste. Und jeden Tag nun ließ ich sie einschlafen, wenn wir eben allein waren, jeden Tag. Am 24. Juni glühte die Sonne am Himmel, oh, sie glühte. Und an dem Tag jagte und pulste mein Blut, wie es nie getan. Da geschah es. Ich zog sie aus, Rücke und Hemd, alles nahm ich ihr weg. Sie rührte sich nicht. Und dann nahm ich ihre süße Unschuld. Sie wehrte sich nicht, ihre Augen blieben geschlossen. Nur ein kleiner Schrei, wie in das Reh ausstieß, daß meine Kugel einst traf, im Kottenforste. Seitdem habe ich sie kaum mehr wachend gesehen. War ich bei ihr, schläferte ich sie ein. Und nun fing es an. Es kletterte mir die Brust hinauf, schnürte mir die Kehle zu. Es krampfte sich mit glühenden Fingern in meinem Hirn und ließ mir die Augen in den Höhlen brennen. Es quälte, marterte mich unglaublich. Mein Gott, mein Gott, ich versuchte mich zu beruhigen. Pa, du und Gewissen. Aber es ging nicht. Ich musste. Um sechs war ich in der Schlossstraße. Sie empfing mich mit heißen, glühenden Küssen. Kaum konnte ich mich losmachen aus ihren Umarmungen. Lass mich, ich muss dir etwas sagen. So sprich. Aber es ging nicht. Ich lief wie verrückt im Zimmer herum. Konnte es nicht sagen. Ich konnte es nicht. Die Hände zitterten, nahmen Bleistifte, Federhalter, brach alles in kleine Stücke. Sie trat zu mir. Mein lieber Junge. Die Tränen stürzten mir aus den Augen. Sie küßte sie von der Wange weg, einzeln, Träne für Träne. Als sie auch meinen Mund küssen wollte, stieß ich sie weg. Lass mich. Du weißt nicht, wen du küsst. Lass mich. Ich will dir sagen alles. Und ich erzählte ihr, was ich getan mit zusammengebissenen Lippen, die Augen auf dem Boden. Ich war fertig, aber wagte nicht, sie anzusehen. Schließlich hob ich den Blick und sah auf ihren Lippen ein Lächeln. So seltsam, so wunderlich. Oh, ein Lächeln. Teuflisch, kokottenhaft. Es sagte mir, dass sie alles gewusst und die Trance nur gespielt hatte. Frühling kommt, der Sterling piept, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt und weiß nicht in welchen. Ob er Geld hat, sie ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs, hängen mal schon zum Hals raus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herzen noch in Liebe glüht. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. Die Studentenverbindungen stoßen ihn durch den dort waltenden Proletengeist ab und faszinieren zugleich durch die maskulinen Riten. Folglich ist der junge Evers mehr auf Fechtböden und Tanzsälen als im Hörsaal anzutreffen. Das Ergebnis sind mehrere Schmisse, ein Haufen Schulden, verschiedene Händel und vier Wochen Festungshaft. Die Skandale tönen weit und sind willkommener Anlass, den ohnehin nur durch Impertinenz und Faulheit auffallenden Referendar aus dem Staatsdienst zu entlassen. Doch bevor er sich gänzlich der Bohème verschreibt, erlangt er die Doktorwürde, welche er sein Leben lang, sich ständig über Juristen und Gelehrte lustig machend, als absurdes Schild bürgerlicher Etikettierung vor sich herträgt. Seine weiche Seite lebt Evers in den Märchen aus, die er hauptsächlich zwischen 1902 und 1905 verfasst. Sie sind sofort beliebt, weil sie unprätentiös und natürlich daherkommen und bestechen noch heute, jenseits höherer Moral und politischer Korrektheit, mit Scham und Lässigkeit. Der anarchistische Poet Erich Mühsam schreibt 1905, Evers war Märchendichter im großen Stil. Er schrieb ein Buch, die verkaufte Großmutter, das für die moderne Kinderliteratur eine neue Ära einleitet. Dieses Märchenbuch darf eine literarische Tat ersten Ranges genannt werden. Im Gegensatz zu allen anderen Kinderbüchern vereinigt es Anschaulichkeit, den plastischen Stil, die behagliche Vertrautheit, die notwendig ist, um sich dem Kinde verständlich zu machen, mit einer erquickenden Fantasie, einem entzückenden, naiven Humor und einem prachtvollen Verständnis für alles das, was das Leben in der Kinderseele pulsieren lässt. Und was das Erfrischendste an diesem Buch ist, es hält sich frei von all der albernen Moraltrompeterei, die den Kindern die Lektüre der üblichen Dutzendmachwerke so ungenießbar macht. Und wirklich, der Dichter ist sein Leben lang, wie seine Kunstfigur Jupp Quetschbüdel, ein Lausebengel geblieben. In der Schule fällt Hans mit guten Aufsätzen und schlechten Manieren auf. Seine mathematischen Kenntnisse lassen zu Wünschen übrig und die Renitenz gegen den Lehrkörper ist so geballt, dass er das Gymnasium von Düsseldorf nach Kleve wechseln muss. Hans ist von Natur aus schüchtern, was er durch besondere Dreistigkeit zu verstecken sucht. Nationalsozialismus, Verbot, Tod und Vergessenheit stehen am Ende einer Reise, die mit Sang und Sage beginnt. Evers reimt bereits als vierjähriger Knabe und ersinnt kleine Märchengeschichten. Das frühkindliche Talent wird von seiner Mutter, Maria Evers, aus dem Wert gefördert, die in jungen Jahren mit Gottfried Keller befreundet war und nun eine beliebte Märchenerzählerin ist. Wenn sie beim Fabulieren für ihre Kinder nicht mehr weiter weiß, übernimmt der kleine Hans das Zepter und erzählt aus seiner Sicht die Geschichte weiter. Sein populäres Kinderbuch, die verkaufte Großmutter und die beiden in diesen Märchen eingetauchten Knaben erinnern nicht zufällig an Mutter Maria, Hans und dessen jüngeren Bruder Ernst. Im Jahr 1922 setzt Evers seiner Mutter, die er ausgesprochen liebt und der er fast täglich schreibt, mit der Erzählung »Meine Mutter, die Hex« ein Denkmal. Die Geschichte ist sowohl eine Liebeserklärung des Sohnes wie auch ein Weiterführen und Anknüpfen an künstlerisch-soziale Traditionen der Romantik. Das Erzählen, Dichten, Illustrieren, Darstellen, Übersetzen und Briefe schreiben im Everschen Familien- und Freudesverband ist vom romantischen Hexenglauben besetzt, mit poetischen Momenten die Realität verzaubern zu können. Johanna Nepomucena Hubertina ist übrigens in Evers populärstem Werk »Alrauna«, die Mutter des Protagonisten und die Titelfigur in der Geschichte »Ginsterhexe«. Die erste Gattin des Dichters, Ilna Wunderwald, findet sich im Märchen »Ilna und der Quarkfrosch« wieder und so fort. Neben Ilna und Mutter Maria werden auch Freunde in verschiedene Literaturproduktionen einbezogen. Der früh verstorbene Vater, August Heinrich Evers, hatte eine Ausbildung als Sänger in Paris und als Maler in Amsterdam gemacht und arbeitete danach als Hofmaler in Schwerin. Das Genreübergreifen der Künste spielt bereits in früher Kindheit eine Rolle für den werdenden Dichter, dessen Interessen zusehends synesthetischen Charakter bekommen. So fließt auch das Genre der Malerei in seine Werke ein, die allgemein einen stark biografisch gefärbten Charakter tragen. Ausgenommen den letzten Roman könnte Evers gesamtes Opus mit weltenfernen, fantastischen, abenteuerlichen und psychedelischen Aspekten als Märchen für Erwachsene gelten. Auch wenn sie als Reisebücher, Stücke, Gedichte, Romane oder Erzählungen gekennzeichnet sind, haben sie sich eine verspielte Poesie erhalten, wie sie nur Kindern und Träumern zu eigen ist, ohne dabei infantil zu sein. Denn die fabelhafte Welt ist vollkommen lebensreal. Die differenzierten Wanderbeschreibungen der beiden Buben im Schatz in der Höhle gehen auf Capri-Erfahrungen zurück, wo Evers 1903, im gleichen Jahr, wie das Märchen erscheint, eine Grotte entdeckt. Er nennt sie Maravillosa, Wundergrotte, die daraufhin touristisch erschlossen wird. Am Ende der verbannten Fee wünscht sich ein kleines Mädchen, ich möchte einmal eine Ansichtskarte vom Feenland bekommen. Wie seiner Figur zum Gefallen wird Evers bald nach der Publikation dieser Geschichte zum Globetrotter aller Kontinente und verschickt mit Vorliebe Ansichtskarten aus unbekannten Fernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Karpfenteiche schwamm einmal eine bläulich-bleiche und schleimig-weiche Wasserleiche. Ein Karpfenjüngling kam heran und fing wie folgt zu reden an. Oh, menschenlos, gewiss in Flammen, die aus verschmähter Liebe stammen, verbrannten seinen armen Sinn und trieben ihn zum Wasser hin. Ein anderer Karpfen hört sein Klagen und hub verächtlich an zu sagen, ach wat, im Dusel hat er sich verloffen, fiel in den Teich und ist darin ersoffen. Jedoch ein alter, hundertjähriger Knabe, er freute sich der guten Gottesgabe. Er sprach kein Wort, er fraß und fraß, dass er die Welt darauf vergaß. Und dacht, nicht immer gibt's im Teiche solch eine schöne, schleimig-weiche und bläulich-bleiche Wasserleiche. Im Jahr 1901 hat Evers schon viele Gedichte, Essays und Geschichten geschrieben. Doch ist der angehende Dichter müde, ausschließlich mit der Feder zu wirken und schließt sich dem Kabarett über Breckel an. Mit verschiedenen Ensembles tourt er erfolgreich durch halb Europa, trägt seine Texte selbst auf die Bühne und kostümiert sich zwischen Biedermeier und Dekadence. Zur Vertonung der Chansons wird eine Zeit lang der junge und vollkommen unbekannte Arnold Schönberg unter Vertrag genommen. Evers freundet sich besonders mit Erich Mühsam an, mit dem er auch eine immer wieder aufgelegte Reimgeschichte für Kinder und einen Führer durch die moderne Literaturgeschichte schreibt. Die beiden Hasardeure sind begeisterte Anhänger des freien Körperkults und der Sonnenanbetung. 1905 zeigt sich Evers für den prächtig ausgestatteten Jahresband der Zeitschrift »Heim der Jugend« mitverantwortlich. Hier trifft sich die impressionistische und reformbewegte Wortschmiede eines Max Dautenday, Richard Demel oder Friedrich Mühsam und wird von Jugendstilkünstlern wie Peter Behrens, Heinrich Vogeler und Ilner Wunderwald illustriert. Ästhetische Betrachtung und Nodismus fließen dieser Zeit in Evers Werk synonym ineinander. Da heißt es, dass menschliche Schönheit nur hüllenlos genossen werden könne. Rote Kirschen in der Schale von Kristall, Josefs Höhe im Pokale, heller Gläserschall. Und sie holt die Zigaretten vom Gesims, sie, die Liebste der Koketten, Dona Mims. Kleine weiße Waschbärzähne, kerngesund, blonder Locken Schüttelmähne, roter Kirschenmund. Und die grünen Nixenaugen kichern hell »Senior, soll das Leben taugen? Lebt es schnell?« Rote Kirschen in die Locken flecht ich ihr, während ihre Finger locken Schmeicheltöne vom Klavier. »La Paloma, weiße Taube, weiß wie du«, »Rauschegold und Mädchenglaube« klingt mir zu. Schuh und Strümpfer meiner Süßen zieh ich aus, Küsse brennen auf den Füßen meiner wilden Maus. »Rote Kirschen, wind ich leise um die Zehen, La Paloma, nixenweise, Schiffer flehen.« Rote Kirschen, Nixenaugen, Kuss um Kuss heißer Lippen, die sich saugen in den weißen Fuß. »Rauschegold und Mädchenglaube« klingt mir zu, »La Paloma, weiße Taube, weiß wie du.« Evers macht gründliche Erfahrungen mit dem Maulkorb der Zensur, wie er es nennt, und den dazugehörigen Klagen und Gerichtsprozessen. Im Frühjahr 1900 wurde sein Gedichtzyklus »Goldene Käthi« wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften unter Anklage gestellt. Und der Dichter ist durchaus nicht nur Erotiker des Wortes. Denn seiner Käthi, einer Katharina Kreis aus Leipzig, schenkt er mit den Liebesgedichten auch ein uneheliches Kind. Denn Evers setzt sich sehr wohl für die rechte Homosexuelle ein und wird selbstverständlich von der Presse, Zensur und Gerichten wegen viel stärkerer Vergehen der Feder angegriffen. Doch der junge Wilde zeigt sich ungerührt und greift seinerseits die Justiz an, beispielsweise wegen der Verurteilung Oscar Wildes. Er berichtet, ihn auf Capri kennengelernt und das Treffen literarisch verarbeitet zu haben. Die entstandene Novelle »C33« korrespondiert im Titel mit der Zellennummer des im Zuchthaus zu Reading berühmten Inhaftierten. Gemeinsam mit Wild-Übersetzungen von Hedwig Lachmann und Johannes Gaulke zeigt die Novelle von frühen Bemühungen, das deutsche Publikum für den irischen Dichter zu begeistern. Ferner gibt Evers dessen Märchen, Erzählungen und den Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« heraus. Er schreibt in homosexuell konnotierten Zeitschriften und engagiert sich gegen den Paragrafen 175, der Männerliebe unter Strafe stellt. Im Jahr 1903 schreibt Evers das Drama »Enterbt«, das die Nöte gleichgeschlechtlich orientierter Intellektueller thematisiert. »Meine Kommilitonen neckten mich und nannten mich einen Waschlappen, weil ich nie ein Liebesabenteuer hatte. Namentlich einer war da, der mich ärgerte und quälte bis aufs Blut. Er hatte meinen Zustand erkannt, ehe ich selbst eine Ahnung davon hatte. Eines Tages sagte er mir im Rausche auf den Kopf zu, dass ich auch so einer wäre. Ich war entsetzt und antwortete erregt. Eine Säbelmensur war die Folge. Aber ich begann selbst über mich nachzudenken und kam zu dem Schluss, dass dieser Mensch tief in meiner Seele gelesen hatte, dass er nur allzu Recht hatte. Ich will nichts von den entsetzlichen Qualen erzählen, die ich damals durchlebte, nichts von den jammervollen vergeblichen Versuchen, die ich machte, mich dem Weibe zu nähern. Es kam so weit, dass ich es nicht mehr wagte, in der Gesellschaft meiner Kameraden zu erscheinen, dass ich mich als Ausgeschlossener fühlte, der seine armselige Bude nicht mehr verließ. Ich kam mir vor wie ein Aussätziger, der aus seiner Hütte vor den Toren sehnsüchtig auf die Stadt hinblickt, wo die Glücklichen wohnen, die Gesunden. Später ist Evers auch im Wiener Kabarett Fledermaus mit Dichterpersönlichkeiten wie Egon Friedell, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Richard Demel, Alexander Roderroder und Detlef von Lilienkron dabei. Oskar Kokoschka fertigt das Bühnenbild, während sich Gustav Klimt um die Kostüme kümmert. Klimt ist von Evers fasziniert und liefert ihm eine Illustration für den Novellenband Das Grauen. Später entwirft er eine auf die seelische Disposition des Dichters abgestimmte Schreibmappe. Die ist ein aus Silber getriebenes und mit Opalen besetztes Spiel von Disteln, Meerspinnen, nackten Frauen, Teufelsfratzen und dem Evers-Monogramm HHE. Dieser behauptet, dass niemals ein König oder eine geheime Kommerzienrätin eine schönere ihr Eigen genannt hätten, aber gebrauchen könne man sie nicht. Haben in Farben geträumt, durch Wochen und Jahre, und wir haben Theater gespielt, haben uns angeschrien und angeschimpft, uns Verbrecher und Schufte und Muttermörder geheisen. In heiligem Ernst, nur in dem einen großen Interesse für alle bunte Kunst. Für ein kleines Liedchen warfen wir viele Tausende fort, machten für drei schöne Frauen hintereinander drei Dutzend Kostüme, bis endlich die Farben zusammenklangen. Fünf Monate arbeitete man Tag und Nacht an den drei Gewändern. Die trugen drei schöne Frauen ganze fünf Minuten lang auf der Bühne. Gar nichts begriff davon das Publikum. Keinen Klang, keine Farbe, kein kleinstes Wörtchen. Aber hinten saß Ferruccio Busoni, ließ roten Burgunder in den Kristallfluten und weinte. Und wir waren sehr stolz. Der eine begriff diese reine Schönheit und dachten, dass wir alle ganz ausgezeichnet ausgegeben hätten. Alle unsere unendliche Arbeit, unsere Kunst, unsere Nervenqual. An das Geld dachte keiner. Evers verachtet alles, was mit Geld zusammenhängt und hegt eine Sehnsucht für mondänes Leben und Luxus des Gaumens. Er fühlt sich in anarchistischen und subkulturellen Kreisen um Robert Reitzel, Senna Hoy und Erich Mühsam zu Hause, schreibt in deren Organen und ist getrieben von exotischem Fernweh. Will jedoch partout kein Klochard sein und keinesfalls wie der Obdachlose und kranke Dichterkollege Peter Hille enden. Doch ist er mit Alkohol und Spielsucht auf dem besten Wege dahin. Die Heirat mit der Malerin Ilna Wunderwald im Jahr 1901 ist immerhin eine bürgerliche Konzession, was die finanzielle Misere nicht bessert. Was ist die Ehe? Der höchste Irrsinn, den die Kultur hervorgebracht. Das raffinierteste Mittel, um die Kräfte zu unterbinden und die Entwicklung zu hemmen. Eine überflüssige Mühe, alle Demütigungen aufzuzählen, die auf diesem Lebenswege dem Manne wurden. Erst durch die Ehe konnte die ganze soziale Frage aufgerollt und der Besitzwahnsinn, in dem alle Frechheit und Zügellosigkeit Wurzeln geboren werden. Die Bösartigkeit der besitzanzeigenden Pronomina erfährt ihre grellste Beleuchtung in der Formel Mein Mann. So fällt er, wie ein Protagonist seiner Märchen, Knall auf Fall den Entschluss, ein Leben als Globetrotter und Abenteurer zu führen. Tatsächlich fährt er in die Karibik, nach Indien, Ceylon, Australien, Ostasien und in die Südsee. Seine Reiseberichte sind in aller Munde. In Kolumbien versucht er sich als Großwildjäger und in Argentinien als Schatzsucher. In Indien hofiert der Maharaja von Vigadpuri den Dichter wie einen Staatsgast. Doch Evers spürt lieber dem Bayadären, Fakiren und Schlangenbeschwörern nach. Jeder will im Leben etwas erreichen, jeder will im Leben etwas sein. Will sich mit Napoleon vergleichen, heißt er auch privat Herr Gänseklein. Jeder kann nicht gleich direkt auf Erdern, weil sonst keiner mehr die Arbeit macht. Da dies nicht zu ändern ist auf Erdern, hab ich mir was Schönes ausgedacht. In meiner Badewanne bin ich Kapitän, kann mit dem Zeifen Nöpfchen Dampf verspielen. In meiner Badewanne ist es wunderschön, da fang ich an die Meere auf zu wühlen. Ich fühle mich als Mann der Tat und drehe an den Wasserhahn. Ich bin ein wilder Seepirat auf einem Ozean. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen. Und wenn die großen Wellen mich umspülen, dann können sie mich einmal alle glücklich sehen. Als Kapitän, ach, ist das schön. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ach, ist das schön als Kapitän. Ahoy! Ohne die Geringschätzung für Finanzielles zu ändern, entwickelt Evers ein kaufmännisches Geschick und gehört plötzlich zu den gefragten Autoren. Ich habe, als ich vor einigen Monaten von meiner Indienreise zurückkehrte, in einer Reihe deutscher Städte Vorträge gehalten. Mit Lichtbildern natürlich. Ohne die geht's ja nicht mehr. Ich sagte zu Beginn meines Vortrages den verehrten Damen und Herren, dass ich durchaus nicht deshalb auf dem Podium stehe, weil ich mich so gerne reden höre, auch deshalb nicht, weil ich der Ansicht sei, nun endlich den mystisch-magischen Schleier, der über dem Wunderland der Indien liege, lüften zu können, sondern, dass ich das nur aus dem recht prosaischen Grunde tue, weil mir dieses Geplauder Geld eintrage. Dann lachten die Leute. Sie hielten das für einen Witz, wenn sie nur wüssten, wie bitter ernst mir das war. Ich benutzte eben recht kaufmännisch und gemein die günstige Kombination, dass gerade der deutsche Kronprinz auch in Indien herumreiste und das also Indien aktuell war und tat eigentlich nichts als für das Geld, das ich bekam, mich ein paar Wochen lang Abend für Abend zu prostituieren. Und doch bin ich und durchaus bewusst noch dankbar für dieses Geld, das ich mit solcher Prostitution erwerbe, bin dankbar den Redakteuren, die meine Aufsätze veröffentlichen, dankbar dem Konzertagenten, der mich auf Tournee schickt, dankbar endlich dem Publikum, das meine Aufsätze liest und meine Vorträge besucht. Denn nur dadurch ist es mir möglich gemacht, die Reisen zu machen, die Lande zu sehen, das Leben zu führen, aus dem meine Kunst Wurzel schlägt. Und mit dieser Kunst mache ich kein Geschäft. Ich verschenke sie. Was mir meine Kunst einträgt, das ist so lächerlich gering, dass ich kaum meine Zigaretten damit bezahlen kann. Gerne drückt sich Evers drastischer aus. Nackt, nackt, ihr Liesen und Lotten, Dirnen und Huren, Metzen, Kokotten. Nackt, nackt, ihr lieben Verwandten, Schauspieler und Dichter, Maler und Musikanten. Reißt die Fetzen herab, dreht euch vor und herum vor dem zahlungskräftigen Publikum. Nur keine Scham vor Mann oder Weib, nackt, nackt, Seele und Leib. Der da, die da, der Gönner und Zahler, wirft auf den Teller den Silbertaler, kauft euch wie Käse, wie Pflaumen und Birnen, Dichter und Dirnen. Finanziert wird der aufwendige Karneval des Daseins, also durch Vorschüsse von Verlagen und Zeitungen. Oder Reiseunternehmen, denen er im Gegenzug positive Bewertungen ihrer Leistungen verspricht. Das läuft bei dem Exzentriker nicht immer reibungslos. Im Oktober 1908 schreibt ihm die Direktion der Hamburg-Amerika-Linie, dass seine verbreiteten Argentinien-Essays zu Verstimmungen in der Regierung des lateinamerikanischen Landes geführt hätten und als Folge der dortige deutsche Generalkonsul einbestellt wurde. Der argentinische Staat drohe nun zwei von Evers genutzten deutschen Reedereien mit Repressalien, deren geschäftliche Folgen nicht abzusehen seien. Deshalb geht an ihn die Aufforderung, wenigstens die weitere Verbreitung der inkriminierten Essays zu verhindern. Die Reaktion des Dichters ist in einem Brief an seine Gattin Ilna erhalten. Es ist doch einfach unglaublich, was diese kleinen, frechen, gerne Große sich herausnehmen. Ich habe sofort sehr energisch geantwortet, gebeten, ob ich davon für die Öffentlichkeit Gebrauch machen könne und so weiter. Auf den Reisen des Globetrotters, zumindest zwischen 1906 und 1910, ist Ilna Wunderwald immer an seiner Seite. Ich zähle auf. Kuba, Mexiko, Puerto Rico, Curaçao, Trinidad, Dominikanische Republik, Haiti, Kolumbien, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Australien, die Philippinen, Hongkong, Japan, China, Singapur und natürlich Indien. Obwohl Ilna eine starke Persönlichkeit ist, sucht man sie in den Reiseberichten von Evers vergeblich. Sie firmiert für den Leser unkenntlich ganz am Rande unter »Schöne Frau« oder »Herrin«. Und heute ist sie vollkommen vergessen. Martin Willems, Archivar am Heine-Institut und Hüter des dortigen Evers-Nachlasses. Es ist sehr schwer, Ilna Wunderwald wiederzuentdecken, da ihre Biografie erhebliche Lücken aufweist und sie in der Kunstgeschichte nie recht angekommen zu sein scheint. Aus diesem Grund ist es beispielsweise besonders vertrackt, heute noch Bilder von ihr zu finden. Die Spezialität Wunderwalds ist die Arbeit mit leuchtender Wasserfarbe in Verbindung mit Federzeichnung. Sie zeigt sich dabei von Hoxai und Burtzli beeinflusst, entwickelt aber rasch eine eigene Note, die sie beispielsweise 1911 in Berlin, 1912 in der Münchner Sezession oder 1918 im Museum Kunstpalast in Düsseldorf präsentiert. Wunderwald lernt Evers 1895 in der Villa des Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten kennen. Er ist sofort fasziniert von ihrem südlichen Tint und ihrer extravaganten Art. Ebenso eingenommen ist er von ihrer Malerei, die zwischen Jugendstil und Symbolismus changiert. Ilna arbeitet insbesondere mit chinesischer Tinte und ist auf fantastische Weise dekorativ. Es entstehen Illustrationen zwischen Blüten und Tierwelten mit japoneskem Charakter. Nicht umsonst wird sie zahlreiche von Evers Büchern gestalten, unter anderem das wunderschöne Indienbuch-Titelbild. Darüber hinaus übersetzt sie mit ihrem Gatten sechs Bände Theophile Gautier und weitere Autoren aus dem Französischen. Der von Wunderwald erstmals ins Deutsche übertragene Roman Mademoiselle du Maupin galt im Paris des 19. Jahrhunderts als Bibel der Dekadenz. Und Wunderwald identifiziert sich mit der Titelheldin, läuft wie die Maupin in Männerkleidern herum und raucht ständig Zigaretten. Gleichzeitig entwirft sie avantgardistische Frauenmode. Ohne Zweifel ist Wunderwald ihrer Zeit weit voraus, denn Frauen im Herrenanzug mit Kurzhaarschnitt und Zigarette werden in den Metropolen erst in den 20er Jahren modern. Eine Zeitgenössin dokumentiert, schon das Äußere der jungen Frau war ungewöhnlich. Sie trug Hosen aus braunem Samt, eine englische Herrenjacke, dazu einen breiten Sombrero auf ihren dunklen, kurzgeschnittenen Locken. 1907 spielt sie erfolgreich mit Evers im Wiener Kabarett Fledermaus, wo auch Persönlichkeiten wie Egon Friedell, Hermann Bahr, Richard Demel, Peter Altenberg, Oskar Kokoschka und Gustav Klimt mit von der Partie sind. Altenberg verliebt sich sofort in Illner. Sie hatte ihm vom ersten Augenblick an gefallen, schreibt dessen Lebensgefährtin. Und weiter? Bald wurde eine hoffnungslose, verzehrende Leidenschaft daraus. Er hatte für nichts und niemanden mehr Augen als für die schöne, exzentrische Frau. Evers geht im Roman der Zwölf ironisch darauf ein. Wunderwald, die auch dieses Buch gestaltet, steht lebenslang im Schatten ihres berühmten Mannes, obwohl die Ehe nur zehn Jahre hält und schon lange davor zerrüttet ist. 1911 zieht sie zu dem Komponisten Gustav Krumbiegel nach Leipzig, der drei Jahre später im Ersten Weltkrieg fällt. Sie verbringt ab 1917 ihr Leben mit der Düsseldorfer Bildhauerin Elli Unkelbach und gerät immer mehr in Vergessenheit. Im Archiv des Heinrich-Heine-Instituts liegen neben Briefen und Lebensdokumenten ihre noch immer unveröffentlichten Indientagebücher von 1910. Ein herrliches Pendant zum Reisebericht von Evers. Auch über die Ehekrise der letzten Phase ist daraus einiges zu erfahren. Wir streifen wieder durch die versunkene Stadt und ich wiege mich wieder in Träumen, in Träume, die man nur in Indien träumen kann. Wir fahren zur weißen Stadt auf roter Erde, den flammenden Bäumen, den weißen Tempelblumen. Nach dem Tiffin im Rasthaus schliefen wir auf der Veranda in bequemen Liegestühlen ein. Zwei heftige Donnerschläge brachten uns auf die Beine und ein schweres Gewitter prasselte herunter. Wir atmeten aus vollen Lungen die feuchte Luft ein. Aber Hans, dieser Mensch, vergaß seine Durchlaucht. Er zog sich, weiß Gott, pudelnackt aus und lief in den kühlen Regen hinaus. Wir waren konsterniert im höchsten Grade, aber wir beneideten ihn alle. Und nur die Anwesenheit des Fürsten hinderte uns daran, das Gleiche zu tun. Wir mussten das Dekorum wahren und dieses würdelose Betragen möglichst vor dem Raja entschuldigen. Außerdem war mein Schönheitsgefühl verletzt. So ein weißer, im wahrsten Sinne des Wortes nackter Körper sieht unglaublich geschmacklos in Indien aus. Wie harmonisch und schön sieht so ein nackter, brauner Körper aus. Als der Regen aufgehört hatte, fuhren wir ab nach einem glänzend gespäten Abschied. Wir hatten einen kleinen Kampf mit einer Herde Wasserbüffel, die hinterlistig und dumm nicht aus dem Weg gehen wollte. Als die Sonne sank, näherten wir uns dem letzten Rasthause, wo wir zwei Diener mit Proviant am Morgen zurückgelassen hatten, damit wir nur ja das Abendessen gut hergerichtet und serviert bekämmen. Ich habe schon längst vergessen, dass ich aus einem Kulturstaate komme, dass wir im Jahre 1910 uns befinden, modern sind und so weiter. Vor diesem Tempel aber halte ich es überhaupt nicht mehr für möglich, dass ich noch vor wenigen Tagen ein moderner Mensch aus dem Jahre 1910 war. Denn wie ist das für uns denkbar, dass heute noch so etwas erreicht wird, übermenschliche, mystische, übernatürliche Geschehnisse auf offener Straße, ganz natürlich, ohne Machwerk, ganz selbstverständlich. Ich möchte das Empfinden kennen, das sich hinter diesen von Schmerzen gepeinigten, schmerzlosen Körpern regt. Sicherlich besitzen diese Selbstpeiniger etwas, das wir nicht kennen. Außer der elementaren Willenskraft muss da noch etwas anderes sein. Behandeln Sie nicht Ihren Körper und Ihren Geist wie ein Instrument und beweisen Sie nicht durch Ihre Mater, dass Sie über die Fähigkeit Ihrer Kräfte vollständig Herr sind und diese Potenziale genau kennen, sodass Sie mit ihnen machen können, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt Leute, die reisen, um sich zu erholen. Andere reisen, um Geschäfte zu machen. Andere, weil es eine Mode ist. Ich reise, weil ich muss. Weil es mich forttreibt, wo ich auch bin. Weil ich überall fremd bin und doch zu Hause. Überall. Ich muss reisen, wie ich essen und trinken muss. Draußen nämlich bin ich. Immer mit dem Gelde, das ich zu Hause so jämmerlich sauer zusammenscharre. Draußen bin ich ein Saib. Gehe meinen Weg, meinen ureigenen Weg, bin mein eigener Herr und lebe mein Leben. Bin nicht mehr Zeitungskuli und vagierender Vortragsreisender wie zu Hause. Ich werde mir freilich den Luxus nie gestatten können, ein Eigenheim zu haben und eine Familie zu gründen. Aber ich darf mir dafür erlauben, Träume zu träumen, die kein anderer vor mir je zu träumen wagte. In der zweiten Stunde erleben sie den Tausendsasser Hans-Heinz Evers als Bestsellerautor, Provokateur und exponierten Filmemacher. Musik 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 Amen. 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 Evers entwickelt auf seinen Reisen einen sensiblen Blick für entlegene Kulturen und einen großen Appetit auf Drogen. Dafür fühlt er sich insbesondere von den großen Literaten französischer Moderne wie Théophile Gauthier und Charles Baudelaire inspiriert, die bereits in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts mit Drogen experimentierten und darüber reflektierten. Exotische Weltwinkel sind ihm nicht entfernt genug. Stimulierende Pulver werden ihm Reisebegleiter in virtuelle Weiten. Wegen der Konzeption eines umfangreichen Buchs über Drogen setzt sich Evers intensiv mit Halluzinogenen und Opiaten auseinander. Das Werk bleibt zwar Fragment, doch ein Bruchstück der Studien wird im Aufsatz Rausch und Kunst verwertet. Nun ist aber der durch Narkotika bewirkte Rausch zweifellos geeignet, unter gewissen Umständen späterhin einmal eine Ekstase hervorzurufen. Warum soll man sich also dieses Mittels nicht bedienen? Etwa, weil es nicht natürlich ist? Das in Eisfabriken hergestellte Eis macht gerade so kalt wie das auf dem Teiche gefrorene. Und ob die zum Schaffen nötige Ekstase aus einer großen Liebe hervorgeht oder aus einer Weinflasche, erscheint völlig gleichgültig für den Wert des Kunstwerkes. Im Grunde ist er auch nicht der Unterschied natürlich und künstlich, sondern das, bewusst und unbewusst. Der Dichter stellt die Behauptung auf, durch Narkotika hervorgerufene Rauschzustände seien für künstlerische Prozesse eminent wichtig. Bemerkt aber früh, dass mit den kapriziösen Ekstasen auch schlummernde Dämonen geweckt werden. Entziehungskuren nur begrenzt wirken und scheinbare Heilungen von einem süßen Gift nur die Vorliebe für ein anderes wachsen lassen. Evers weiß, wovon er schreibt, wenn seine Figuren Somnambul zwischen Realitätsverlust, Ich-Spaltung und Traumverlorenheit hin- und hergleiten. Sein breites Oeuvre ist von einem psychedelischen Grundton getragen, der eine Bewusstseinserweiterung bis ins Fantastische zum Klingen bringt. In der Novelle »Die blauen Indianer« transzendiert die halluzinogene Wirkung eines Meskalinrausches in unbekannte Zustände der Vorahnen. Auch der als verwilderter Roman in Fetzen und Farben markierte Vampir, das Drama »Mädchen von Charlotte« und die Erzählung »Fastnacht des persischen Märtyrers« sind bei aller historischen Verbindlichkeit Drogenliteratur. Doch das ist ein Aspekt am Rande. Die breite Leserschaft nimmt Evers als Märchenerzähler, Abenteurer, Reiseschriftsteller und Künstler düsterer Verborgenheit wahr. Der Bohemian und Dichter satanischer Welten Stanislaw Pszibyszewski äußert sich folgendermaßen. »Viel Mut gehört dazu, um in diese Sphären einzudringen, denn der Zugang zu ihr ist durch das bürgerliche und kirchliche Gesetz streng verboten, und jedem dieser waghalsigen, tollkühnen Forscher droht der schwerste Bann. Poet Moudy waren Baudelaire und Verlaine und Rimbaud. In der Hölle der Giftkammern moderten die Werke eines Barbies d'Orevelie oder eines Villiers d'Ille-Adams. Mit dem schwersten Fluch wurde sogar Madame Bovary belastet. Ganze Bände müsste man anfüllen, wollte man nur die wichtigsten Werke, in denen ihre Schöpfe auf die Suche nach der menschlichen Seele ausgegangen sind, anführen, die vom Bannstrahl des gesetzlichen Interdikts getroffen wurden. Und dasselbe Schicksal trifft das Werk eines der mutigsten unter den deutschen Künstlern, Hans-Heinz Evers, »Karwe Kahnem«. Und dieser Evers ist ein verteufelt bissiger Hund, der sich gern an den Ordentlichen vergreift. Er ist aber für den, der sich willig seiner Obhut übergibt, ein großer Künstler. Mehr und mehr werden dessen Schilderungen menschlicher Abgründe mit bestialischem Ereigniskarakter populär. Im Dezember 1905 schreibt er an seine Gattin Ilna über eine von dem Herold der Berliner Moderne Herbert Walden organisierte Lesung. Am Donnerstag las ich im Verein für die Kunst. Das ist das Beste in literarischer Beziehung. Alle 14 Tage hatten Demel, Wedekind, Scherbart, Lilienkron, Harden, Hoffmannsthal und so weiter gelesen. Ich hatte großes Pech. Ich hatte nämlich eine falsche Mappe mitgenommen und so die besten Sachen, Gedichte etc. nicht da. Zum Glück hatte ich weißes Mädchen und Tomatensauce da. Letztere schlug kolossal ein. Ein Jüngling wurde ohnmächtig und musste herausgetragen werden. Eine Reihe von Damen wurde auch ganz mies. Die Kritiken sind alle sehr gut, nur das Berliner Tageblatt, von dem irgendein Esel drin war, hat geschimpft. Evers hält sich in seinem Brief an Ilna über die Lesung eher zurück. Denn die fossische Zeitung ist auf das Moment der Ohnmacht und die angstverzerrten Gesichter junger Zuhörerinnen ausführlicher eingegangen. Auch die zwischen 1907 und 1909 erscheinenden Bücher »Das Grauen«, »Die Besessenen« und »Der Zauberlehrling« verstören die Zeitgenossen, erlangen aber in kürzester Zeit Riesenauflagen. Der Dichter kokettiert mit satanischer Autorität und der Kennerschaft des Abgründigen, spielt mit der voyeuristischen Erwartung des Lesers. Doch die schockierenden Darstellungen von Bluttaten, Wüster, Ekstase und pathologischen Sehnsüchten sind kein effekthaschender Selbstzweck, sondern zeichnen suggestiv gesellschaftliche Ängste und Identitätskrisen kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Auch stilistisch ist Evers mit seiner narrativen Spracheleganz der frühen Moderne zuzurechnen. Die subtil psychologisch ausbalancierten Figuren verraten eine ausgeprägte Beschäftigung mit der gerade bekannt werdenden Psychoanalyse. In der von Sigmund Freud herausgegebenen Zeitschrift »Imago« wird in der Rezension des Alrauner-Romans auf die fantasievolle Anwendung der Lehren Freuds verwiesen. Dass Evers nicht, wie oft behauptet, widerlichen Obsessionen frönt, sondern bis ins Groteske provoziert, um bürgerlichen Kleingeist zu desavouieren, zieht sich bis ins Private. Sein jüngerer Bruder Ernst war zum Fregattenkapitän in der kaiserlichen Marine aufgestiegen. Nach Quellen aus dem Nachlass lässt sich folgende Begebenheit rekonstruieren. Zu Ernst Evers Hochzeit sind entsprechend viele Offiziere in Uniform eingeladen. Auch Hans-Heinz erscheint in einer auf Haiti erstandenen bunten Fantasieuniform. Darin will er sich von den Gästen als Exzellenz, kommandierender General der karibischen Insel, Dudes Bruder des in Chicago exekutierten Frauenmörders John Holesby und Bludes Bruder des Chaco-Indianer-Häuptlings Matepe vom Stamm Maka lobpreisen lassen. Was der Hochzeitsgesellschaft arg missfällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Acht Jahre vor Franz Kafkas berühmter Erzählung über die Metamorphose in einen Käfer publiziert Evers die Novelle aus dem Tagebuche eines Orangenbaumes. Sie dokumentiert eine Verwandlung aus der zweckorientierten Gesellschaft in eine poetische Welt. Wenn ich, verehrter Herr Sanitätsrat, Ihrem Wunsche nachkomme, und die Seiten des Heftes, das Sie mir gegeben haben, ausfülle, so wollen Sie mir glauben, dass ich das nach reiflicher Überlegung und mit einer wohldurchdachten Absicht tue. Denn im Grunde handelt es sich doch nur um einen Kampf zwischen uns beiden, Ihnen, dem leitenden Arzt dieser Privaterrenanstalt, und mir, dem Patienten, der seit drei Tagen hier untergebracht ist. Die Anklage, wegen der ich hier gewaltsam untergebracht bin, entschuldigen Sie einem Studenten der Rechte, dass er mit Vorliebe juristische Phrasen wählt, wirft mir vor, dass ich an der fixen Idee leide, ein Orangenbaum zu sein. Nun, Herr Sanitätsrat, versuchen Sie, den Beweis zu erbringen, dass das eine Vorspiegelung falscher Tatsachen sei? Gelingt es Ihnen, mich von dieser Ihrer Meinung zu überzeugen? So bin ich ja geheilt, nicht wahr? Wenn Sie mir beweisen, dass ich ein Mensch sei wie alle anderen, dass ich lediglich infolge einer Fülle nervenzerrüttender Aufregungen von einer krankhaften Monomanie befallen sei, wie viele Tausende von Kranken in allen Sanatorien der Welt, so haben Sie mit diesem Beweise zugleich mich den Lebenden wiedergegeben. Die Nervenkrankheit ist dann im Nu von Ihnen weggeblasen. Auf der anderen Seite habe ich als Angeschuldigter das Recht, den Wahrheitsbeweis anzutreten. Es ist der Zweck dieser Zeilen, Sie, sehr geehrter Herr Sanitätsrat, von der Unanfechtbarkeit meiner Behauptungen zu überzeugen. Denn wenn es mir gelingt, einen Psychiater von europäischem Rufe wie Sie, Herr Sanitätsrat, von der Richtigkeit meiner Aufstellungen zu überzeugen, so muss auch der größte Skeptiker sich vor dem sogenannten Wunder beugen. Sie baten mich, in dies Heft einen möglichst ausführlichen Lebenslauf meiner Person zu schreiben. Auch alle meine Gedanken über das, was Sie meine fixe Idee nennen. Ich verstehe sehr wohl, wenn Sie das auch nicht aussprachen, dass es sich für Sie, einen pflichttreuen Diener der Wissenschaft, darum handelt, aus dem Munde des Kranken selbst ein möglichst getreues Krankheitsbild zu erhalten. Ich will bis aufs Kleinste Ihren Wünschen nachkommen, in der bestimmten Voraussetzung, dass Sie, nachdem Sie Ihren Irrtum erkannt, auch mir bei meiner von Stunde zu Stunde realere Formen annehmenden Baumwerdung hilfreiche Hand leisten werden. Es folgt die Geschichte des Protagonisten. Wie Evers, ein promovierter Referendar der Rechte. Dieser lernt eine Dame kennen, die in ihrer geräumigen Bonner Villa vorzüglich Offiziere des Husarenregiments und Mitglieder der Chorstudenten empfängt, denen er auch angehört. Offiziere und Chorbrüder sind ausnahmslos dem ungewöhnlichen Charme der Gastgeberin erlegen. Bei den abendlichen Gesellschaften geht es jedoch, ganz im Gegensatz zu kursierenden Gerüchten, immer gesittet zu. Doch eines Tages wird per Regimentsbefehl der Salonbesuch verboten, weil das Verschwinden eines Leutnants in Zusammenhang mit der mysteriösen Dame gebracht wird. Letzte Zeilen des Reiteroffiziers offenbaren den Wunsch zu verschwinden, um ein Myrtenbaum zu werden. Der Regimentsoberst geht von einem Selbstmord aus und will die restlichen Offiziere vor ähnlichem Ungemach schützen. Auch alle Chorbrüder versprechen, die Villa nicht mehr zu betreten. Doch es bedarf nur eines Briefes der weiblichen Hand an den Helden der Geschichte und es ist um ihn geschehen. Die harmlose Bitte, abends Orangenblüten vorbeizubringen, zerreißt ein Band mit der pragmatischen Welt. Er verfällt dieser magischen Frau und teilt das Lager mit ihr unter Orangenzweigen. Bald verströmt er selbst mehr und mehr den Geruch von Orangen, hat die Offenbarung, ein Wunder zu vollenden, in der Sonne zu stehen, weiße Blüten und goldene Früchte zu tragen. Dann erhält er ihren letzten Brief. Darin steht, dass er, wenn er sie liebe, es zu Ende bringen solle. Nun bin ich fertig, Herr Sanitätsrat. Mit List brachte man mich hierher, aber ich danke dem Schicksal, das mich hierhin führte. Die Aufregungen sind vorüber, in dieser wunderbaren Ruhe habe ich meinen Frieden wiedergefunden. Ich sitze in dem süßen Dufte, der von mir ausgeht und fühle, weiß, dass ich es zu Ende bringe. Schon wird mir das Schreiben schwer, Herr Sanitätsrat. Die Finger wollen nicht mehr zusammenhalten. Sie spreizen sich, streben auseinander, wie die Zweige. Ihre Anstalt liegt in einem herrlich weiten Parke. Ich bin heute Morgen darin gewandelt. Er ist groß und schön. Ich weiß, Herr Sanitätsrat, meine Worte haben Sie überzeugt. Oh, Sie haben es getan. Wenn also die Stunde kommt, die so nahe ist, so wollen Sie nicht versuchen, die Erfüllung zu hemmen. Dort, hinter der großen Wiese, werde ich stehen, wo die Kaskaden plätschern. Ich weiß, Sie werden mich pflegen lassen, Herr Sanitätsrat. Der Gärtner vom Bonner Talweg versteht sich ja auf Orangenbäume. Er wird Ihnen Anweisungen geben. Denn ich will ja nicht verkümmern. Ich will wachsen und blühen, damit Sie sich freue an meiner Pracht. Sie wird schreiben, Herr Sanitätsrat. Sie werden Ihre Adresse wissen. Und noch eins. In jedem Sommer, wenn meine Krone funkelt von tausend goldenen Früchten, dann wollen Sie die schönsten brechen und in ein Körbchen legen. Das senden Sie ihr. Ein Zettelchen aber soll man hineintun mit den süßen Worten, die ich nächtens einmal auf den Straßen Granadas hörte. Liebste, nimm die Blutorange, die ich still im Garten brach. Liebste, nimm die Blutorange, doch nicht schneid sie mit dem Messer, denn du wirst mein Herz zerschneiden mitten in der Blutorange. Die 1907 erschienene Novelle aus dem Tagebuche eines Orangenbaumes nimmt mit seiner metaphorischen Flucht aus einer rationalen Welt Kafkas Thematik der Verwandlung vorweg. Aber auch die poetisch zurückgenommene Sprache im erzählerischen Everswerk, ihr fast sachlich nüchterner Ausdruck gegenüber dem Unerhörten, erinnert an den späteren Kafka. Motive wie Prozess, Urteil oder Welten, aus der Perspektive eines gehetzten Tieres finden sich ebenso bereits bei Evers. Besonders prägnant erscheint die stilistische Übereinstimmung in Kafkas Strafkolonie, wo eine unbeteiligt und neutral erscheinende Hauptfigur in horrorartige Geschehnisse involviert wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Musik Um 1900 zieht sich, beeindruckt von Wagner und Nietzsche, durch die Musik, bildende Kunst und Literatur eine erotische Explosion. Sogenannte moralische Entartung wird neu verortet und umgewertet. Die Oper Salome von Richard Strauss, das Stück Der Erdgeist mit seiner Figur Lulu von Frank Wedekind und das Bildnis Judith von Gustav Klimt wirken als genialische Schöpfungen moderner Sinnlichkeit. Die künstlerische Avantgarde stilisiert in ihren Werken ein Frauenbild zwischen anbetungswürdiger Reinheit und femme fatale, zart fühlender Schwester und Verführerin, Heiliger und Hure. Das Weibliche wird gleichzeitig zum literarischen Inbegriff für Ästhetisches und Dämonisches, für Beseeltes und Amoralisches. Ophelia und Salome stehen für ein Geschöpf. Die mit 24 Jahren an Schwindsucht verstorbene russische Malerin Marie Bashkircev verewigt sich mit ihren nachgelassenen Tagebüchern in den Hirnen lebensmüder Adoleszenten und den Herzen avancierter Künstler. Der morbide Reiz vergänglicher Schönheit wird im Verbund lasziver Empfangsbereitschaft besungen. Weibliches wird zur Folie männlicher Projektionen und Wunschvorstellungen. Gleichzeitig sind in den Metropolen die Dienste Prostituierter so leicht zu bekommen wie Mokka und Kognak in den Cafés. Der Diskurs um das Geschlechtliche ist zwischen 1900 und dem Ersten Weltkrieg das indirekte Terrain, sich mit den Konflikten der Zeit auseinanderzusetzen. Besonders fein justiert müssen in diesem Zusammenhang die Komplexe der aristokratischen Wertemuster und das sich in allen Bereichen durchsetzende Bürgertum, eine gleichzeitige Sehnsucht nach wissenschaftlichen Maßstäben und künstlerischer Individualität sein. Die viel diskutierte Sexualwissenschaft und der Hang zu sinnlicher Verklärung, das Bedürfnis nach geistiger und erotischer Emanzipation in der Nachbarschaft von geschlechtlicher Herabwürdigung, zeigt ein neurasthenisches Bild der Moderne. Da erscheint im November 1911 wie ein Paukenschlag der Roman Allraune. Es ist die Geschichte androgyner Schönheit im mythischen Kontext eines Nachtschattengewächses, das unter dem Galgen gedeiht. Die Truggestalt Allraune, der Vamp als dämonische Verführerin, ist das Produkt einer künstlichen Befruchtung. Das Buch verkauft sich in den ersten acht Jahren 200.000 Mal, wird in 20 Sprachen übersetzt und schließlich fünfmal verfilmt. Das Enfant terrible Hans-Heinz Ebers landet einen Welterfolg. Bevor es soweit ist, schreibt der Rebell am 18. November 1911 einen Brief an Maximilian Harden. Dieser wohl einflussreichste Publizist des wilhelminischen Deutschlands und Herausgeber der Wochenzeitschrift Die Zukunft, intimer Kaiserfeind und Entdecker literarischer Moderne, für den Max Reinhardt Premieren verschob, der mit der Feder vermochte Fürsten zu stürzen, war der einzige, vor dem sich Ebers verneigte. Eine Kritik aus dessen Feder, egal ob positiv oder negativ, war das Förderlichste für ein literarisches Werk. Hochverehrter Herr Harden, ich sandte Ihnen mein neues Buch Alraune. Zwei Jahre arbeitete ich daran. Ich möchte so gerne, dass Sie es lesen. Ich würde mich so sehr freuen, wenn Sie mir wieder einmal die Gelegenheit geben würden, Sie zu sprechen. Nicht um Sie zu sehen, denn ich sehe Sie stets in Ihren Vorträgen. Mit dem Ausdrucke tiefer Verehrung und ergebenster Gewogenheit, Ihr Treuergebner Hans-Heinz Ebers. Aber Maximilian Harden hat Alraune, um die sich wenig später alle Welt reist, vermutlich nicht gelesen, geschweige denn rezensiert. Schmeicheleien scheinen sich in Ebers Leben nicht auszuzahlen. Es ist die feine Balance zwischen Normalität und Abgrund, Wissenschaft und Fantastik, Psychologie und Erotik, welche die Leser erregt. Zusätzlich gibt der morbide Alraune-Stoff Anlass zu wilden Spekulationen, die durch eine sich verselbstständigende Kette merkwürdiger Umstände und tragischer Zufälle forciert werden. Die Ausgabe der ungarischen Übersetzung wird von den Budapester Behörden sofort konfisziert und der Herausgeber verklagt. In Polen entbrennt um das Buch vor allem mit der klerikalen Partei eine regelrechte Presseschlacht, die sich ein Jahr lang hinzieht, was die Verkaufszahlen unerhört ansteigen lässt. Schließlich meldet sich in dieser Sache fast die gesamte polnisch-literarische Welt zu Wort. Am engagiertesten der dunkle Literat Stanislaw Pszubiszewski. Sein Vorwort für die Alraune erhitzt die Gemüter noch darüber hinaus. Der Evers-Prozess ist schließlich der Auslöser einer längst angestandenen Debatte über die Freiheit der Literatur und Kunst. Privat muss Evers einen Familien-Eklat ausstehen. Denn eine Hauptfigur im Roman ist der sich ethischen Prinzipien widersetzende Geheimrat Ten Brinken. Dieser gleichzeitig widerwärtige und genialische Wissenschaftler, der ein menschliches Wesen mit künstlicher Befruchtung erschafft, hat offenbar die äußeren Merkmale seines Großonkels. Und seine Gattin Ilna Wunderwald hat zwar das Buch noch gestaltet, ist jedoch mittlerweile zu ihrem Liebhaber nach Leipzig durchgebrannt. Die Scheidung steht an. Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt, seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen. Seine Exzellenz Ten Brinken, Dr. Meht, ordentlicher Professor und wirklicher Geheimer Rat, schuf das seltsame Mädchen, schuf es ganz allein. Und dieses Wesen, das sie taufen ließen und Alraune nannten, wuchs heran und lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, ward zu Gold. Wo es hinblickte, da lachten die wilden Sinne. Wohin aber sein giftiger Atem traf, schrie alle Sünde. Und aus dem Boden, den seine leichten Füße traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Nicht für dich, blondes Schwesterchen, schrieb ich dies Buch. Deine Augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den Sünden. Deine Tage sind wie die schweren Trauben blauer Glycinen, Tropfen hinab zum weichen Teppich. So schreitet mein leichter Fuß weicht dahin durch die sonnenglitzernden Laubengänge deiner sanften Tage. Nicht für dich schrieb ich dies Buch, mein blondes Kind, holdes Schwesterlein meiner traumstillen Tage. Dir aber schrieb ich es, du wilde, sündige Schwester meiner heißen Nächte. Wenn die Schatten fallen, wenn das grausame Meer die schöne Goldsonne frisst, da zuckt über die Wogen ein rascher, giftgrüner Strahl. Das ist das erste schnelle Lachen der Sünde über des bangen Tages Todesfurcht. Und sie reckt sich über die stillen Wasser, hebt sich hoch, brüstet sich in brandigen, gelben und roten, tiefvioletten Farben. Und die Sünde atmet durch die tiefe Nacht, spreit ihren Pesthauch weit hinaus, über alle Lande. Und du fühlst wohl ihren heißen Hauch. Da weitet sich dein Auge, hebt sich frecher die junge Brust, da fliegt ein Zittern über deine Nüstern, spreizen sich weit die fieberfeuchten Hände, da fallen die bürgerlichen Schleier aller sanften Tage, da gebiert sich die Schlange aus schwarzer Nacht. Da reckt sich, Schwester, deine wilde Seele, aller Schanden froh, voll aller Gifte. Nimm, Schwester, dies Buch, nimm es von einem wilden Abenteurer, der ein hochmütiger Narr war und ein stiller Träumer zugleich, von einem Schwesterlein, der neben dem Leben herlief. Die das Buch umrahmenden Worte an die schöne Freundin und sündige Schwester sind, wie sich denken lässt, nicht an die Gattin Ilner Wunderwald adressiert. Die dunkelromantische Umkleidung im Auftakt und Ausklang des Alraune-Romans spielt auf eine junge Frau an, die Evers in Wien kennenlernt. Als im März 1911 der Dichter in der Donaumetropole einen Indien-Vortrag hält, findet er zu seinem Erstaunen das Podium mit einem Orangenbaum geschmückt und mit Apfelsinenblüten und Früchten übersät. Das hat er eine philosophisch und musikalisch gebildete junge Frau in Anlehnung an seine berühmte Erzählung arrangiert. Maria Munk, die reizvolle Tochter eines vermögenden jüdischen Dampfsägenbesitzers, empfindet die hochbürgerlichen Konventionen ihrer Herkunft todlangweilig, verliebt sich in den gefeierten Dichter und hofft auf die Möglichkeit, durch ihn in die große Welt zu gelangen. Sie reist ihm mit ihrer Mutter bis nach Miramar bei Triest hinterher, wo er einen großen Teil der Aulraune schrieb. Die Rechnung scheint aufzugehen, denn bereits im Sommer des Jahres wird auf der istrischen Insel Brioni Verlobung gefeiert. Die Eltern der Braut wollen Evers zur Hochzeit zwei Millionen Gulden und jährliche Zahlungen von 50.000 Kronen zukommen lassen. Man freut sich beiderseits auf eine gute Partie. In der Brioni-Insel-Zeitung vom 3. Februar 1912 heißt es, Mitten in die Stille des Weihnachtsfriedens drang plötzlich nach Brioni die Kunde von einem tragischen Fall, der sich in Wien ereignete. Die Tochter eines angesehenen Großindustriellen hatte durch einen zielsicheren Revolverschuss ihrem jungen Leben ein Ende gesetzt. Dieses Ereignis rief in Brioni umso größeres Aufsehen hervor, als das Mädchen noch vor ganz kurzer Zeit auf der Insel geweiht hatte. In Gesellschaft ihrer Eltern und eines berühmten Schriftstellers, der zugleich mit ihr angekommen war, verbrachte sie hier mehrere Wochen und niemand hätte zu jener Zeit ahnen können, welch furchtbare Schicksal dieses blühende Menschenleben ereilen werde. Wie man allgemein sprach, war sie mit dem Schriftsteller verlobt und binnen Kurzem sollte angeblich die Vermählung stattfinden. Täglich konnte man beobachten, wie beide in angelegentlichstem Gespräch vertieft über die sonnigen Frühherbstgefilde Brionis dahin wandelten. Sie, das hübsche, geistreiche, dem Anscheinen nach etwas schwärmerisch veranlagte Mädchen und er, der weitgereiste Mann mit dem berühmten Namen, ein wenig exzentrisch in seinem Gehabe, im Ganzen jedoch eine Erscheinung von dämonischem Reiz. Die Erbin großen Vermögens sollte sich mit der literarischen Kapazität vermählen und es schien, als hätten sich hier zwei zusammengefunden, deren Leben das Schicksal mit Rosenketten umschlingen wolle. Maria Munchs Suizid spricht sich in der Hohen Gesellschaft und literarischen Bohem herum wie ein Lauffeier. Evers hatte der gerade 24-Jährigen leichtfertig die Ehe versprochen und will, offenbar um Zeit für seine unentschiedenen Gefühle zu gewinnen, mit Max Reinhardt für einige Monate nach Amerika gehen. Es ist möglich, dass er ihr selbst den mit Perlmutt belegten Damenrevolver schenkte, damit sich die psychisch labile Maria in seiner Abwesenheit sicherer fühle. Aber die Unglückliche schießt sich damit ins Herz. Die Katastrophe rüttelt stark an seinen Nerven. Evers versucht, acht Jahre später mit dem Theaterstück »Mädchen von Charlotte«, das Schicksal Marias literarisch aufzuarbeiten. Neben der Toten spielen dort der Maler Gustav Klimt und er selbst als »Unverantwortlicher« bezeichnet die entscheidenden Rollen. Nicht nur im Stück »Mädchen von Charlotte«, sondern ganz tatsächlich wird Maria auf dem Totenbett von Klimt porträtiert, denn er ist mit den Eltern der jungen Frau seit langem bekannt. Auf diesem Bild ist Maria, wie von Evers literarisch skizziert, auf Rosen gebettet. Die dem Unverantwortlichen als Geist erscheinende Tote beschreibt sich selbst im Stück als Rosenknospe. Die Knospen sangen, alle sangen sie und reckten singend, jubelnd sich empor dem Sonnenstrahl entgegen. Und Tag und Tag sprang eine auf und wieder eine und ward zur vollen Rose. Später als alle anderen Rosen im Garten blühte der Busch dort an der Mauer, aber schöner, viel, viel reicher waren seine roten Rosen. Nur tief unten und halb verdeckt von Rosenblatt und Efeu wuchs eine junge Knospe. Schlank, sehr schlank, zarter als alle anderen. Dicht versteckt von breiter Blätter Grün lugt sie hinaus und sah den goldenen Strahl, sah seine Pracht und all den Glanz und sehnte sich wie keine nach seinem Kuss, so sehr, so sehr. Doch niemals kam der Sonnenstrahl, niemals, an keinem frohen Tag. Sie sah im Strahl des Paradieses Glanz, der alle, alle Knospen schmeichelnd küßte. Nur sie nicht, nie. Und nie erschloss sie sich, öffnete sich nie, ward nie zur Rose, senkte das Köpfchen, welkte, brach einmal, als ein Wind sie faßte, viel. Die Klimt-Forscherin und langjährige Kuratorin an der Albertina in Wien, Dr. Marian Bieserns-Bracken, entdeckte einen ikonografischen Zusammenhang zwischen Evers und Klimt. Zunächst malte der Künstler 1912 das Totenbildnis der Maria Munk, die, wie bei Evers beschrieben, auf Rosen gebettet ist. Ein Jahr später bekam er den Auftrag, die junge Frau als stehende Figur wiederzugeben. Weil dieses Ergebnis den Eltern missfiel, behielt Klimt das Bild und arbeitete es, wie ihr Cousin Erich Lederer im späteren Alter berichtet, zur leicht entblößten Tänzerin um. Das dritte, 1917 begonnene und 1918 durch den Tod des Künstlers unvollendet gebliebene Ölgemälde Maria Munk's, ist genau wie das Bildnis der Tänzerin, 180 mal 90 Zentimeter groß. Am ausführlichsten behandelt Klimt hier das über die Schulter blickende, dem Betrachter frontal zugewandte Gesicht. Der Ausdruck ist verträumt und leicht melancholisch. Die einander überlagernden Raumschichten entsprechen für Klimt charakteristisch verschiedenen inhaltlichen Ebenen. Die Tulpen, Rosen, Chrysanthemen, Nelken und Zinerarien scheinen auf positive, vierfach chinesisch orientierte Werte wie Glück, Reichtum, Schönheit und Vornehmheit zu verweisen. Von der Klimt-Forschung völlig unbeachtet blieb das im rechten oberen Drittel sichtbare Naturfragment aus äußerst bizarren Formen. Wie ein penetranter Fremdkörper wirkt die grob gerillte Wurzel mit der krummen Endung. Der dünne Hals des rot umrandeten rosa und weiß leuchtenden Volumens verzweigt sich rechts oben in wilde schwarze Striche und trägt gleichsam einen großen Kopf. Bei diesem für ihn erstaunlich hässlichen Gebilde hat Klimt sich anscheinend an einer nackten, pharmazeutisch konservierten Wurzel der Alraune orientiert. Diese äußerst giftige Zauberwurzel ist seit jeher wegen ihrer angeblich magischen Kräfte und aphrodisierenden Wirkungen berühmt. Die Wahl des außergewöhnlichen Bildmotivs war wohl kein Zufall. In Wiener Kreisen wurde der spektakuläre, am 28. Dezember 1911 von Maria Munk begannene Selbstmord zwangsläufig mit dem kurz vorher erschienenen Roman Alraune von Hans-Heinz Evers assoziiert, der sofort zum Bestseller geworden war. Die Beziehung zwischen dem Autor und der reichen industriellen Tochter war kein Geheimnis. Um die konträren Welten beider Protagonisten zu versinnbildlichen, scheint Klimt das Hauptmotiv des Skandalromans Alraune ins Spiel gebracht zu haben. Im Gemälde, das erst in jüngerer Zeit als Ria Munk III bekannt ist, beherrscht die grelle, hochgiftige Alraunenwurzel das chaotisch und aggressiv wirkende Bildfeld, das wie ein schädlicher Virus in die Harmonie der guten Botanik und der Glückssymbole hereinbricht. Böse Mächte bedrohen die ahnungslose, verträumte Frau, lauern ihr Hinterrücks auf und greifen sie an ihrem Kopf sogar unmittelbar an. Das Thema der von feindlichen Gewalten bedrohten Unschuld ist kein Novum im Werk des Künstlers. Kontrastpaare wie Gut und Böse, Rein und Verderbt, Hell und Dunkel, Klar und Verwochen spielen in Klimts allegorischer Bildfeld überhaupt eine Schlüsselrolle. Das Bildnis Ria Munk III wird, zweifellos im Sinne des Auftrags, von der Blumenaura der schönen jungen Frau überstrahlt. Dabei fügt sich die Evers-Komponente als Metapher des Bösen so raffiniert in die dekorative Buntheit ein, dass sie bis heute nicht wahrgenommen oder gar als negativer Faktor erkannt worden ist. Ob oder in welcher Form der verschlüsselte Hinweis auf die zerstörerischen Kräfte dem Auftrag entsprochen hat, muss dahingestellt bleiben. Auch die Alraune-Verfilmung von 1952 scheint auf den Klimt-Evers-Komplex anzuspielen. Darin gestaltet der Maler Wolf Gontram ein riesiges Wandgemälde, das sehr stark an Gustav Klimt erinnert. In den verschiedensten Variationen ist darauf nur Gontrams angebetete Alraune porträtiert. Die unheilbringende Femme Fatale wird hinreißend von der jungen Hildegard Knef dargestellt. Der Künstler Wolf Gontram, Graf Geroldingen und der Kutscher Mathieu werden durch sie zugrunde gerichtet. Ein so zartes Geschöpf wie Olga treibt sie in den Selbstmord. Diese wird von der 20-jährigen Julia Koschka gespielt. Im Spiegel vom 10. September 1952 heißt es, Regisseur Rabenald entdeckte ihr Gesicht in einer Filmillustrierten und verpflichtete sie für den Alraune-Film, an der Seite Hildegard Knefs. In Geiselgast-Teig musste Julia Koschka als Selbstmörderin Olga Wojkonska 13 Mal vor der Kamera den Giftbecher trinken. Erst beim 14. Mal war der Regisseur Rabenald mit der Szene zufrieden. Wieder zu Hause in Lübeck wurde sie besinnungslos in ihrem Bett gefunden. Wie im Alraune-Film, vergiftet durch den Genuss unzähliger Schlaftabletten. Ohne die Besinnung wiedererlangt zu haben, verstarb sie kurz darauf im städtischen Krankenhaus. Der Abschiedsbrief, den sie hinterlassen hatte, ließ das Motiv ihres Freitods im Dunkeln. Die nächstliegende Vermutung, ihr Filmdebüt sei ein Reinfall gewesen, den sie nicht habe überwinden können, erwies sich als unbegründet. Blieb das metaphysische Raunen über ihre Alraune-Rolle. Der von Hans-Heinz Evers als Roman gestaltete Stoff sei belastet. Dieser uralte Mythos von der Wurzel, die unter dem Galgen eines Gehängten wächst und den Besitzern Glück und Tod bringt, räche sich an denen, die ihn zu gestalten wagen. Hat nicht vor Jahren schon Brigitte Helm nach ihren Alraune-Aufnahmen einen Menschen mit ihrem Auto tödlich überfahren? Das Nachthemd, in dem Julia Koschka vor der Filmkamera 14 Mal das Gift schlucken musste und das man ihr dann geschenkt hatte, dieses Alraune-Nachthemd hat sie angehabt, als sie den echten Selbstmord beging. In ihrem Abschiedsbrief schrieb sie, sie wünsche, auch damit beerdigt zu werden. Und am 29. Oktober 1952 war im Spiegel zu lesen, Hildegard Knef, 26, Filmschauspielerin, hat nach den Aufnahmen zu ihrem neuesten Film Alraune einen Alraune-Komplex entwickelt. Wie die Münchner Abendzeitung meldet, steuert sie ihr grünes Chevrolet-Cabriolet nicht mehr selbst. Seit die Zeitungen voll sind mit Erinnerungen, dass schon Brigitte Helm als Alraune bei der Verfilmung des Hans-Heinz-Evers-Stoffes vom Unglück verfolgt wurde und einen schweren Verkehrsunfall verursachte, der ein Menschenleben forderte, hat sich Hilde nicht mehr an Steuer gesetzt. Der Freitod Julia Koschkas, die neben Hilde eine kleine Rolle im Alraune-Film zu spielen hatte, schürt den Alraune-Komplex noch mehr. Arthur Maria Rabenalt berichtet Folgendes über den Kultregisseur und Schauspieler Erich von Stroheim, der an der Seite von Hildegard Knef spielt. Er hatte panische, jawohl panische Angst vor der kumpelhaften Berlinerin Hildegard Knef, vor ihrem Schlangen- und Basilistenblick, vor der magischen Alraune, mit der er sie tatsächlich zu identifizieren begann. Er verfiel in Zittern, wenn sie das Studio betrat, und zog es vor, wenn irgend möglich, größere Szenen mit ihr zu drehen, wenn sie gar nicht anwesend war, da allein ihr Blick Unglück brächte. Es hätte komisch sein können, war aber tragisch. Das gutmütige Hildchen wurde für ihn de facto zur Hexe, zum männermordenden Vampir, zur Alraune. Er ertrug ihren Blick aus ihren schönen, hellen Augen nicht mehr. Die Alraunen-Wurzel wird bereits vor 4000 Jahren von den Ägyptern als Liebestrank, Schlaf- und Schmerzmittel verwendet. Sie wird in den Pyramiden als Grabbeilage beigegeben und auf dem toten Gewand Tut-en-Ch-Amons finden sich deren Früchte. Die griechische Göttin Aphrodite trägt den Beinamen Mandragoritis, Herrin der Alraune. In der klassischen Literatur zwischen Plinius, Flavius, Machiavelli, Shakespeare, Hebel und den Gebrüdern Grimm erfreut sich die Wurzel mit entsprechend aufgeladener magischer Bedeutung großer Beliebtheit. Alraune bedeutet volkstümlich Drachenpuppe, Galgenmännlein oder Henkerswurzel. Das Wort entlehnt sich dem althochdeutschen Alp und dem germanischen Runa. Alp bedeutet gespenstisches Wesen oder nächtlicher Kobold, während Runa für Geheimnis steht. Evers hat mit seiner Alraune nicht nur die Literaturgeschichte ergänzt, sondern ohne es zu wollen auch reale Albträume hervorgerufen. Musik 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 Von Anfang an verzaubert ein neues Medium den Dichter. Die Kinematografie. Die laufenden Bilder sind eine Sensation mit großem, jahrmarkthaften Unterhaltungswert. Echte Kunst jedoch, die man beispielsweise am Theater oder der Oper erleben kann, wird bis zum Ersten Weltkrieg diesem Gaudium fürs Volk abgesprochen. Ja, in den Zeitschriften sogenannter Hochkultur als Albernheit und Geschmacklosigkeit gewertet. Evers gehört zu den Pionieren, die dem Film artifizielle Potenziale bescheinigen. Bereits 1907 schreibt er dem Keentop einen erstklassigen Kulturfaktor, einen durchschlagenden Vitalitätskoeffizienten und neues Feld in der Kunst zu. Und fragt, wer diesen jungen Acker pflügen hilft. Bald darauf ist er Chefredakteur der Deutschen Montagszeitung. Dort erlaubt er sich eine Rubrik namens Kinorevue einzurichten, um für seine Leidenschaft zu werben. In einer populären und für gebildete Schichten ausgerichteten Zeitung ist das etwas nie Dagewesenes. Mit erstaunlichem Weitblick lässt er sich über die unbegrenzten Möglichkeiten des neuen Genres aus und resoniert 1911 über die Zukunft des Tonfilms, der sich erst 20 Jahre später etabliert. Der Einsatz des Lichtbilds in der Schule und der medizinischen Wissenschaft sollte seiner Ansicht nach das Studieren formalistischer Abstraktionen erleichtern. Ja, das Lernen zum Genussmachen. Und er erkannte natürlich die spielerische Komponente, die romantische Option, die alltagsvergessende Entspannung und kompensatorische Funktion des Films. Ich ging wieder einmal in meinen besonders beliebten Kinema in der Friedrichstraße abends gegen 9 Uhr. Da stand eine junge Frau vor dem Eingange und schaute sehnsüchtig die Bilder an. An jeder Hand hielt sie ein Kind. Sie war krumm, unterernährt und überarbeitet. Ich hätte ihr gerne Geld gegeben, aber ich schämte mich, es ihr anzubieten. Und so in der Verlegenheit, wie ich das wohl anstellen könnte, fragte ich sie, ob sie nicht hereingehen wolle. Die Frau schwieg, aber ihre Augen leuchteten. Und die Kinder schrien und drängten sich an mich. Da nickte die Mutter. Ich saß dann neben ihnen und in den Pausen sagte mir die Frau, dass es nichts Herrlicheres gibt in der Welt als einen Kintop. Jetzt sei sie schon lange nicht mehr da gewesen, da der Mann keine Arbeit habe. Und gerade jetzt sehne sie sich so danach. Warum gerade jetzt, fragte ich. Sie sah mich groß an. Das ist doch natürlich. Hier vergisst man doch alles. Und wenn sie wüssten, wie es bei uns zugeht. Ab 1913 ist Evers den theoretischen Avancen für den Film überdrüssig und legt selbst Hand an. Bis 1914 wird er für 14 Spielfilme die Drehbücher schreiben, teilweise Regie und Produktionsleitung übernehmen und sogar als Darsteller agieren. Zusätzlich flimmern einige seiner literarischen Stoffe wie Alraune von der Kinoleinwand. Evers darf sich zugutehalten, Theaterschauspieler wie Paul Wegener, Grete Berger, Ernst Lubitsch und Tila Duryeux für das Filmgeschäft gewonnen zu haben. Er dreht auch mit Alexander Moisi, Enrico Caruso, Emmy Destin, Brigitte Helm und Werner Kraus. Evers ist eine zentrale Figur der neuen Kunstrichtung. Sein Film Der Student von Prag mit Paul Wegener in der Hauptrolle hat wie kaum ein anderer dieser Zeit das deutsche Filmschaffen inspiriert. Das Werk wird 1913 im Mozart-Saal des Theaters am Berliner Neulendorfplatz Uhr aufgeführt. Es ist der Ursprung des Autorenfilms und bietet einige Besonderheiten. Drehbuch, Produktion und Regie übernimmt Evers selbst, Regieassistenz der Däne Stellan Rue. Die Geschichte des Films ist an Chamissus Peter Schlemiel und Wiles Dorian Gray angelehnt. Balduin, ein armer Student, verkauft dem Teufel sein Spiegelbild. Doch das veräußerte Spiegelbild erscheint nun Balduin als bedrohlicher Doppelgänger. Letztlich schießt Balduin in seiner Verzweiflung auf das dämonische Ich und stirbt dabei selbst. Die Handlung ist nach Prag verlegt und spielt dort in historischen Straßen und alten Schlössern. Die von Evers detailliert geplanten Lichteffekte wirken wie Klerubs Kürkontraste von Eros und Todesengel und zeigen eine starke Affinität zum Spiel mit archaischen Mythen. Die Verbindung von Lust und der Fühlung mit dem Tod verbildlicht das Motiv gesellschaftlicher Entgrenzung. Die Szenerie auf dem jüdischen Friedhof lässt atmosphärisch Gustav Meyrings Golem vorausahnen. Als der Student von Prag am 22. August 1913 Uhr aufgeführt wird, scheinen die meisten Journalisten im Urlaub zu sein. Evers ist außer sich und schreibt noch am selben Tag an einen Kritiker Ich bin ganz ungeheuer deprimiert. In der ehrlichen Überzeugung, dass man wohl Kunst auch im Kino schaffen könne, bin ich dieses Jahr in Berlin geblieben, habe wie ein Tier gearbeitet. Sie machen sich keinen Begriff von der ungeheuren Arbeit, die in dem Film »Der Student von Prag« steckt. Wegener und ich haben fast drei Monate dafür geopfert. Stellen Sie sich nur vor, dass jede der Doppelgängerszenen bei den Wegener zweimal auf dem Film ist, wenigstens acht bis zehnmal nachgedreht werden musste, ehe man soweit war, dass die Bewegungen harmonisierten. Ich wollte alles das ausnutzen, was das Kino vor dem Theater voraus hat. Alle die Möglichkeiten zeigen, die der Bühne immer verschlossen bleiben müssen. Und die Blätter? Registrieren, wie bei irgendeinem Dutzend-Film hundertsten Ranges. Alle Kritiker ersten Ranges sind weg. So hatte ich nur eine kleine Schmöcke da, die gar nicht begreifen können, was ich eigentlich wollte. Ich spiele mit Wegener und bekannten Namen der Reinhardt-Bühnen mit großen Kosten, über 40 Mille. Bei dem ich den Versuch mache, neue Kunst auf neue Möglichkeiten im Kino zu zeigen. Der Kunst also, ein neues Gebiet zu erobern. Und werde von der Presse behandelt wie der letzte Dreck. 20 Zeilen unter Lokales und fertig. Ich bitte, seien Sie so gut, nehmen Sie die Feder und schreiben Sie etwas in der BZ. Verreißen Sie mich, wie Sie wollen, tadeln Sie, was überhaupt nur zu tadeln ist. Aber was schaffen Sie mir die Genugtuung, dass wenigstens ein Blatt Berlins eine Arbeit, die so ernst ist, auch ernst nimmt. Auch das Betteln um diese Kritik bleibt ungehört. Und trotzdem wird der Film vom Publikum vor allem wegen der künstlerischen Innovationen gefeiert. Ein Zeitgenosse berichtet, dass die Zuschauer im Kinosaal aufgeschrien haben und ihren Augen nicht trauten, als die gleiche Person zweimal auf der Leinwand erschien. Und schließlich stimmen auch die Kritiker wohlwollend ein. Und der Student von Prag wird die Weltbedeutung des deutschen Kinos begründen. Hier wurde zum ersten Mal ein Drehbuch von einem namhaften Autor geschrieben. Zum ersten Mal stellte sich ein Theaterstar wie Paul Wegener dem bewegten Bild zur Verfügung. Zum ersten Mal wurde in einem Spielfilm der Gedanke in die Tat umgesetzt, den Darsteller durch Doppelbelichtung sich selbst gegenübertreten zu lassen. Und es war das erste Mal, dass für einen Film Musik komponiert wurde. Und zwar von dem List-Schüler Josef Weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In der dritten Stunde der langen Nacht erleben sie Evers während des Ersten Weltkrieges in den USA. Seine dortige Internierung, sein Comeback in Deutschland in den 20er Jahren und schließlich seine fatale Liaison mit den Nazis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie aus dem Nichts kommt es im Sommer 1914 zur europäischen Apokalypse. Die Fakten sind bekannt, die Hintergründe umstritten. Nachdem der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin am 28. Juni in Sarajevo ermordet werden, hält ganz Europa den Atem an, Um dann in verschiedenen Konstellationen und in verschiedenen Konstellationen und Allianzen über sich herzufallen. Besonders frappierend ist, dass die katastrophalen Geschehnisse gleichermaßen von Aristokraten, Bürgern, Arbeitern, Bauern und darüber hinaus von allen Konfessionen und politischen Parteien extatisch bejubelt werden. Auch Literaten, bildende Künstler und Wissenschaftler wie Gerhard Hauptmann, Max Scheler, Max Reinhardt, Franz Marc, Max Liebermann, Wilhelm Röntgen und Max Planck zeigen sich zumindest bei Kriegsbeginn von den Ereignissen euphorisch berauscht. Im Spätsommer 1914 triumphiert allseits die Ideologie des Nationalismus. Unfassbar plump wird die eigene Tugend mit der angeblich verderbten Nachbarnation verglichen. Thomas Mann stellt der Kunst die Elementarmacht des Krieges an die Seite und Schlussfolgert, dass Deutschlands Schönheit sich erst im Krieg entfalten könne. Die Intellektuellen preisen in diesem Waffengang weniger ökonomische Interessen als die nationale Ergriffenheit für einen höheren Sinn der Wahrheit. In pathetisch-heroischem Ton wird der Krieg als notwendiger Ausweg aus einer tiefen Sinnkrise beschworen. Die Feldzüge gegen Nachbarvölker werden als Reinigung, Verjüngung, Bewährung und Entschlackung besungen. Es wird wieder über die deutsch-französische Erbfeindschaft resoniert und der Krieg von 1870-71 propagandistisch verwertet. Zwischen den unzertrennlichen Freunden Marc-Henri und Evers, die gerade noch gemeinsam aus dem Französischen und Deutschen übersetzt haben und interkulturelle Projekte umsetzten, kommt es zum Bruch. Denn auch sie können dieser Tage nur national denken. Evers befindet sich zum Zeitpunkt der Ermordung von Franz Ferdinand auf größerer Südamerika-Fahrt und bei der Kriegserklärung von Österreich an Serbien in den USA. Er steht, wie seine Kunstfigur Frank Braun, dem historischen Spektakel unsicher gegenüber. Was war sein Vaterland? Seine Heimat, das war gewiss war Europa. In Wien war er zu Hause, in Berlin, in München und am Rhein. Aber nicht weniger in der Bretonnie. In der Provence, in Paris. Und in Italien, oh überall. In Andalusien auch. Und in der Stadt, die den Prado barg. Und in Stockholm, in Pest, in Zürich, in Antwerpen, in... Was war sein Vaterland? War er ein Deutscher, er? Weil er geboren war irgendwo am Rhein? Kannte er nicht so viele Sprachen und sprach sie öfter als Deutsch? International? Nein. So hätte er nie empfunden. Aber es gab über allen Völkern ein anderes Volk. Höher, edler und größer. Die Kulturnation, hatte er es genannt. Ihr gehörte alles an, was hinausflog über die Massen. Und er kannte sie gut. Fand ihre Bürger überall in der Welt. Es war da, dieses Volk. Ganz gewiss, ohne jeden Zweifel. So nah war es, so mit Händen zu greifen. Gestern noch. Und heute? Weg. Fort, als ob es nie existiert hätte. Es gab nur noch Deutsche, Russen, Franzosen, Engländer. Und die schlugen sich tot gegenseitig. Warum denn nur? Um ihrer Vaterländer willen? Er lachte bitter auf. The Fatherland. Eine zum Ausbruch des Krieges in New York gegründete amerikanische Zeitschrift für deutsche Propaganda. Ist das Organ, wo Evers sich schließlich hingezogen fühlt und Aufsätze beiträgt. Wie der Titel des Blattes suggeriert, kann er sich ein wenig zu Hause fühlen. Hier schreibt auch der englische Skandalautor, Okkultist und Sexualmagier Alistair Crowley. Auch mit dem deutschen Botschafter tauscht er sich in Sachen Kriegsagitation aus. Er hält zwischen 1914 und 1915 in 28 amerikanischen Großstädten wie Boston, Buffalo, Cleveland, Detroit, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles oder San Diego gut besuchte Vorträge über Deutschland und seine Kultur. Evers berichtet, wie er seine Stimme trainiert, um größere Menschenmassen zu erreichen. Im Vampirroman und im Amerika-Manuskript geht er darauf ein. An seinen Freund, den bekannten Literaten Arthur Landsberger in Deutschland, schreibt er, Ich werde gefeiert, da ich scheußlich viel reden muss, diese Woche neunmal, meist in Englisch. Ich bekomme grässlich viel Sekt und habe immer schöne Autos zur Verfügung. Auch bin ich stets ab sieben im Frack, oh die Ellenbogen, und verbrauche zwei Hemden am Tag. Aber die Miete bin ich natürlich schuldig und die Wäsche und alles andere auch. Und da Evers zwar die Miete schuldig bleibt, keinesfalls aber auf Luxus und hochwertigen Wein verzichtet, muss er sich darüber hinaus verdingen. Er schreibt Filmszenarien, Theaterstücke und Opernlibretti. Da er jedoch auf die schlechte Bezahlung eines geduldeten Ausländers angewiesen ist, wird er noch zusätzlich als Schauspieler tätig. Auf der Bühne ist er unter anderem im New Yorker Irving Place Theater zu sehen. Dort spielt er in Strindbergs Stück Nachtigall von Wittenberg die Rolle des Ulrich von Hutten so überzeugend, dass die Presse jubelt. Im fernen Dresden wird derweil Eugène d'Albers Oper die Toten Augenuhr aufgeführt. Die im März 1916 stattfindende Premiere an der Hofoper mit dem Libretto von Marc-Henri und Hans-Heinz Ebers ist ein Publikumserfolg. Die Oper wird bald auf Schellack gepresst, in über 80 europäischen Häusern, sogar im feindlichen London gespielt und schließlich in New York aufgeführt. Die berühmteste Stelle ist die Sopran-Arie »Psyche wandelt durch die Säulenhallen«. Hier wird musikalisch das ätherische Wesen der tragischen Hauptfigur eingefangen. Die Säulenhallen Die Säulenhallen Hörst deine Stimme in flüssenden Süßen Die aber was in den Wissen erblickt Ohne kleine Psyche Zu den guten Freunden in Amerika zählt die deutsche Jüdin Adele Guggenheim-Louison. Sie hat in New York einen reichen Anwalt geheiratet und ist dann früh verwitwet. Ebers hatte mit ihr schon in Berlin, als sie noch ein junges Mädchen war, ein Verhältnis, das während seiner Zeit in Amerika zwischen 1914 und 1920 wieder aufblüht. In der Novelle »Der letzte Wille der Stanislava Dasp« setzt er Adele ein literarisches Denkmal. Es wird die Geschichte einer jüdischen Frau aus dem Varieté erzählt, welche die Bohème verließ, den Traum vieler Tingeltangelmädchen verwirklichte und eine vermögende Gräfin wurde. Als in der vollkommenen Sicherheit ihres Lebens die innere Sonne erlischt, zeigt die einstmalige Künstlerin und Prostituierte Lea Levy auf furchtbare Weise, dass Liebe nicht käuflich ist. In abgewandelter Form spielt sie auch im Vampir, wie in Stanislava, als Geliebte einer Figur mit Ebers Zügen eine markante Rolle. Adele unterstützt Ebers finanziell in New York und übersetzt seinen Poe-Essay ins Amerikanische. Er erwägt sie, in zweiter Ehe zu heiraten und widmet ihr das Stück »Das Mädchen von Charlotte« und seinen Vampir. It is your book. Take it with gracious hands. Im Vampir spürt Ebers mystischen Verbindungen jüdischen Ursprungs nach und ist fasziniert von der Idee einer deutsch-jüdischen Kulturelite. Dieser Gedanke bildet das Leitmotiv einiger Aufsätze, in denen für vollkommene Assimilation und schrankenlose Bürgerschaft der Juden plädiert wird. Dies begründet seine Freundschaft mit dem Philosophen und Wirtschaftsexperten Walter Rathenau. Ebers findet sich neben Martin Buber in dem verbreiteten Sammelband »Prinzessin Sabbat« und studiert intensiv den in London lebenden Autor Israel Zangwell. Der vielgelesene Zionist war früher Anhänger Theodor Herzls und Gründer der jüdisch-territorialistischen Organisation. Ebers besorgt die auf sieben Bände anwachsende Übersetzung und Herausgabe seiner Werke. Mit Rathenau korrespondiert er aus den USA über seine deutschnationalen Agitationen. Gleicherweise ist er über Rathenaus Fortschritte mit der Kriegsrohstoffabteilung informiert. Ebers beklagt sich über die Unfähigkeit deutscher Diplomaten in Washington, den antideutschen Kampagnen der amerikanischen Presse etwas entgegenzusetzen. Gleichsam wie mit einem siebten Sinn ausgestattet, tauscht sich Ebers während des Krieges mit dem vorrangig als Autor und Mäzen bekannten Rathenau über brisante Details der Außenpolitik aus. Dass dieser 1922 Außenminister werden wird, liegt damals noch in den Sternen. Ebers Berichterstattung aus Amerika erinnert in Art und Detail an eine Agententätigkeit. Rathenau schreibt im Juli 1915 verschlüsselt von einem Rittergut, das durch geeignetere Kräfte bewirtschaftet werden könne und freut sich auf den Geschäftsbericht, den Ebers dafür in Aussicht stelle. Mit dem Rittergut ist die deutsche Botschaft in Washington und dem Geschäftsbericht das Amerika-Manuskript gemeint. Auch Rathenau wird es später im Roman Fundvogel ein literarisches Denkmal setzen. In den USA beschäftigt Ebers die Frage, warum hasst man die Deutschen? Am meisten hat den Deutschen im Ausland von jeher geschadet das überlegene Lächeln. Es ist der Mann, der nach oben Hurra schreit und nach unten Fußtritte austeilt. Der Mann der Ordnung, der das Schema F. erdacht hat. Der Mann, der sein Fach gründlich kennt, der ein sehr tüchtiger Richter, Oberlehrer, Unteroffizier, Zollbeamter oder Polizist sein kann. Der aber weder ein Verständnis noch Interesse für irgendetwas anderes in der Welt hat. Der Mann des kleinen Horizonts oder schlecht sitzenden Kaisergeburtstagswracks. Der Mann, der seine Käseglocke für die Welt und die dicke Made sich selbst für deren Mittelpunkt hält. Der Mann, der nur die Sprossenleiter seines Lebens kennt. Der die Rangordnung erfunden hat und die Zeichen seiner Würde auf der Visitenkarte trägt. Es ist der Mann, dem der Titel Geheimrat und Exzellenzglanz bedeutet und zugleich tiefer Ehrfurcht einflößt. Der instinktives Misstrauen gegen alles hat, was nicht so denkt wie er selbst. Und dieses Misstrauen mit einer herausfordernden Arroganz zur Schau trägt. Kurz, es ist der Mann des subalternen Geistes, den sein Amt für sich und seine Untergebenen zum lieben Gott macht. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass kein Land der Welt auch nur entfernt so pflichteifrige, tüchtige und gut ausgebildete Beamte hat wie Deutschland. Das leuchtet aus einem Lächeln, das strahlt aus einer ganzen Person. Und er ist der Mann, den man draußen für den typischen Deutschen nimmt, für den er sich ergibt. Er ist der Mann, der deutsches Wesen im Ausland diskreditiert und verhasst macht. Beamte wie der Chef des deutschen Propagandakabinetts in Amerika, Exzellenz Dernburg, und der deutsche Botschafter, Graf von Bernsdorf, sind dem Dichter ein Gräuel. Der lässt sich lieber, wie in seiner Zeit als Varieté-Künstler, mit der Halbwelt ein, beteiligt sich an Passfälschungen für deutsche Landsleute oder versucht mittels privater Beziehung das Zeichnen englischer Kriegsanleihen zu verhindern. Es ist ihm ein Anliegen, die USA vom Kriegseintritt abzuhalten. Um England zu schwächen, ist er mit Alistair Crowley aktiv für ein deutsch-irisches Bündnis engagiert. Die beiden zu magischen Ritualen, Drogen und sexuellen Enthemmungen neigenden Autoren nutzen ihre politischen Visionen, um sie mit okkulten Themen zu verbinden. 1915 fährt Evers nach Mexiko, um den Rebellenfürsten Francisco Villa, genannt Pancho, zu animieren, in die Südstaaten einzufallen. Das sollte die USA davon abhalten, mit der Entente gegen Deutschland zu kämpfen. Evers hatte den selbsternannten Diktator Villa schon 1906 in Mexiko kennengelernt. In der Folge kommt es tatsächlich zu Massakern an US-amerikanischen Bauingenieuren und Überfällen in Kleinstädten New Mexikos. Eine Gegenoffensive durch General Pershing bringt die beiden Staaten tatsächlich an den Rand eines Krieges. Doch die USA treten dennoch der Entente gegen Deutschland bei und im Juni 1918 meldet die New York Times, dass Evers inhaftiert worden sei. 13 Monate Gefängnis und Lagerinternierung bringen ihn an den Rand seiner seelischen und körperlichen Kräfte. Da ihn kaum Post erreichen kann, aber hin und wieder Bücher zugelassen werden, schreibt ihm sein Freund Landsberger kurzerhand einen Geburtstagsbrief als Vorwort in seinen gerade erschienenen Roman. Darin erfährt der Inhaftierte, dass er in der Heimat und im Felde der meistgelesene deutsche Autor sei. Eine große Schar Freunde und Verehrer beiderlei Geschlechts würden an ihn denken. Evers erkrankt im Frühjahr 1919 so schwer, dass er in ein Hospital gebracht und operiert werden muss. Durch die Bemühungen des späteren Nobelpreisträgers John Galesworthy und mit einer hohen Kaution wird Evers auf freien Fuß gesetzt. Der Abenteurer und Hasardeur verspürt nunmehr eine große Sehnsucht nach Geborgenheit, die er in einer festen Bindung zu finden glaubt. Er verlobt sich mit der 25 Jahre jüngeren Josefine Buhmiller aus Los Angeles, die er auch in zweiter Ehe heiratet. Adele ist aus dem Rennen. Frieden war ausgebrochen. Und man musste mich gnädigst aus dem Lager herauslassen. Nur dachte man nicht daran, mir die gütige Erlaubnis zu geben, heimfahren zu dürfen. In dieser Zeit wurde die allgemeine Prohibition ausgerufen. Alle Brauereien geschlossen, überall im Lande. Die Whiskybrennereien Kentuckys vernichtet. Kaliforniens Weinberge brachgelegt. Trocken gelegt eine ganze Bevölkerung von über 100 Millionen. Und ich auch. Nun, es kam ein wenig anders. Es ist zum großen Sport geworden, dem Gesetz bei jeder Gelegenheit ein Schnippchen zu schlagen. Ich habe Schnaps aus allen denkbaren Behältnissen trinken müssen. Aus Füllfederhaltern und Automobilreifen aus Glühbirnen und Telefonhörern. Jedes Ding, das irgendwo hohl ist, scheint geeignet zu sein, Schnaps zu verbergen. Ich habe als Rheinländer eine Zunge, die mehr auf Qualität als auf Quantität Wert legt. Das aber ist gewiss, dass mich die Prohibition schließlich zum regelrechten Säufer gemacht hätte, wenn ich noch länger drüben geblieben wäre. Das Verbot zu trinken, die Unmöglichkeit, leichte und bekömmliche Getränke zu bekommen, hat sich dort zu einem Zwang ausgebildet, das schwerste und gesundheitsschädlichste Zeug bei jeder Gelegenheit herunterspülen zu müssen. Evers nutzte die erste Gelegenheit, um aus Amerika zu verschwinden. Er freute sich auf Deutschland, dass sie ihn nicht vergessen habe, wie Landsberger schrieb. Es war verabredet, dass seine junge Braut nachkäme, wenn für die Hochzeit alles arrangiert sei. Doch in der Heimat scheint bis auf seine Mutter niemand auf ihn gewartet zu haben. Die Presse höhnt, Berlin inszeniert doch sonst so prachtvolle historische Filme. Wo war die Regie für die Ankunft des Hans-Heinz Evers? Er hatte von Jüterburg eigens ein Coupé erster Klasse genommen, um eifrig durch das Spalier der Frauen zu schreiten. Und nun war gar niemand zum Empfang da. Wo blieb das Begrüßungsbankett der Korriphäen? Und der Reigen der Verleger mit den Viertelmillionen-Schecks der Heimat? Wo waret ihr? 13 Monate amerikanische Internierung hatten sowohl den Nationalpatriotismus als auch die Heimatsehnsucht des Dichters verstärkt. Und nun gestaltet sich alles trostlos und deprimierend. Die Berliner Wohnung am Savini-Platz wurde in seiner sechsjährigen Abwesenheit geplündert und die meisten Manuskripte gestohlen. Als er im August 1920 in Düsseldorf seine Mutter besuchen will, wird er verhaftet. Das hatte Ilna Wunderwald zu Wege gebracht, die Evers wegen säumigen Unterhalt verklagt und behauptet, dass er sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalte, um sein Vermögen in die USA zu verschieben. Es dauert einige Zeit, um nachzuweisen, dass die Ehe schon seit 1912 geschieden ist und Evers, ohne dazu verpflichtet gewesen zu sein, reichliche Zahlungen an Ilna geleistet hatte. Um alle weiteren Ansprüche seiner geschiedenen Frau abzugelten, zahlt er ihr 40.000 Mark und ist wieder auf freiem Fuß. Auch sein Verlag macht ihm enorme Probleme. Georg Müller hatte trotz Riesenumsätzen seit Kriegsausbruch kaum noch gezahlt. Und diese aufreibenden Querelen halten an. In Deutschland ist man Evers gegenüber verschnupft, weil er sich in Amerika vergnügt hätte, während in Europa die Apokalypse wütete. Absurderweise werfen ihm selbst politisch links stehende Autoren wie Hans Reimann mangelnden Patriotismus im Weltkrieg vor. Als Evers im Hochsommer 1920 in Berlin eintrifft, erscheint auch sein Roman Vampir. Die Presse ist wieder einmal gespalten. Das Berliner Tageblatt schreibt Ohne Scheu, ja mit Lust an der Darstellung des Entachteten, geradezu ein Gelehrter auf dem Gebiet der Sexualphysik, hoch belesen in alten und neuen Büchern, die nicht in Schulbibliotheken stehen, mit Farben gut gemischt aus Grell und Sanft, gibt Hans-Heinz Evers die Eva in vielerlei Gestalt. In das Sichtbare mischt er dann noch das Unsichtbare. Der Dichter der Alraune späht nach den verwegenen Zusammenhängen der Geschlechter und den geheimen Triebkräften der Menschheit. Aufsteigen lässt er den alten Blutglauben, der aus den frühesten Religionen bis in die heutigen schweift. Ein düsteres Verhängnis, das die Menschen zum Kriege, zum Morden treibt. In der Weltbühne ist zu lesen. Evers, eine nette kleine Journalistenbegabung aus der Zeit des Spätnaturalismus, sah bald aus den Abrechnungen seiner Verleger und aus den Briefen seiner Verehrerinnen, die nicht alle werden, dass eines sich immer lohnt. Durch heimliche Andeutungen mit satanischen Lastern zu prunken. Unangenehm, dass nichts davon wahr ist. Ein paar Guckreisen, amerikanische, hier nicht nachzuprüfende Vaterlandspropaganda, Wirkung gleich Null, es ist nicht viel mit ihm. Die Redensarten, mit denen man bürgerliche Hysterikerinnen aufregt, schreibt ein begabter Mensch, wenn er das wollte, im Schlaf. Dieses unbegabte Stück Stimulator, das nicht einmal seine Quellen anständig verarbeiten kann, ist ein primitives Hänschen geblieben, sein Leben lang. Schöpfer dieser galligen Zeilen ist Kurt Tucholsky, der sogar betont, den Vampir gar nicht gelesen zu haben. Die Glosse des sonst so geistvollen Autors klingt weniger nach Kritik als nach persönlicher Abrechnung. Und sie ist es auch. Ende 1913 erwog der noch am Anfang seiner Karriere stehende Tucholsky, die Werke des Skandalautors Oskar Panizza herauszugeben. Doch Evers kam ihm zuvor, indem er für die Buchreihe Galerie der Phantasten eine Panizza-Auswahl zusammenstellte. Die bibliophile Ausgabe mit Federzeichnungen von Paul Hase erschien knapp vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Gemeinheit hat Tucholsky ihm wohl nie verziehen. Allgemeiner gesprochen hat es, wie der Literaturwissenschaftler Helmut Möhrchen schreibt, fantastische, groteske und tabusverletzende Literatur in Deutschland ohnehin immer schwer gehabt. Die Abgrenzung zur sogenannten Hochliteratur sei hier besonders strikt gewesen und der Konkurrenzneid unter Schriftstellern habe zusätzlich eine Rolle gespielt. Von Auflagen, wie Evers sie hatte, konnte Tucholsky nur träumen. Da wurde schon gern einmal in der Öffentlichkeit, auch im Reimformat, gerempelt. Er kam jetzt aus Amerika mit einem neuen Band. Was steht darin? Was steht darin? Die Weise ist bekannt. Das hat kein Goethe geschrieben, das hat kein Schiller dicht. Das ist ein Tantiemen-Sadiste, der zu den Backfischen spricht. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammenfällt und sei auch nie betrügt, wenn sein Schatz sich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Das ist ein tolliger Tag, tolliger Tag, lockt in das Herz und dem Motor ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rot und Mathe mit, nehmen wir mit, so geht das Leben dem Traum in Zutritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammenfällt und sei auch nie betrügt, wenn das Schatz sich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Der von Tucholsky als Tantiemen-Sadist verspottete Evers hat seine Künstlerkollegen nicht diskreditiert. Es gehört zu seinen Vorzügen, Autoren wie Erich Mühsam, Arthur Landsberger oder Alexander Roder-Roder mit Aufträgen zu versorgen und sich für diese bei Verlegern stark zu machen. Ständig überweist er Honorare von Vorträgen, Kabarettaufführungen und Bucheinnahmen an mittellose Künstler. Bereits 1906 gründet er die Scherbart-Stiftung, welche die Existenz des gleichnamigen Visionärs und fantastischen Literaten sichert. In den Zwanzigern unterstützt er Julius Hart, Ernst von Volt zu gehen und Arno Holz. Selbst verstorbene Kollegen bedenkt er engagiert. Wie jede lila Damm mit der siebenbändigen Übersetzung seiner Werke. Fritz Mautner mit dem Erhalt seiner Bibliothek. Ferruccio Busoni mit der Ordnung seines Nachlasses. Sacht stieg vom Graben auf der stille Hang, die Marmorbänke küßten rote Rosen. Aus Lorbeerscholl ein Locken und ein Kosen, Steinengel lauschten süßer Vögel sang. Gewundene Wege, Efeuranken krochen, ein dichter Teppich überall hervor. Doch ganz am End, wo sich der Pfad verlor, wuchs hoch ein Berg von ausgebleichten Knochen. Kein Geld, kein Grab. Hier liegen die Verbanden, für die kein Kreuz und keine Säule prallt. Zigeuner, Bettler, fahrige Musikanten. Oh, wie die Sonne auf die Schädel strahlt. Ich zieh den Hut und grüße die Verwandten, die ihre letzte Miete nicht bezahlt. Zigeuner, Bettler, fahrige Musikanten. Oh, wie die Sonne auf die Schädel strahlt. Zigeuner, Bettler, fahrige Musikanten. Oh, wie die Sonne auf die Schädel strahlt. Die körperlichen und seelischen Beanspruchungen seit der amerikanischen Internierung zehren mehr an seiner Gesundheit, als er wahrhaben will. Daher wird im Oktober 1920 eine Kur in Bad Kissingen notwendig. Schon während des Kuraufenthalts fängt es bei Evers wieder an zu sprudeln und der literarische Haudegen läuft zu alter Form auf. Mit der Typhus-Marie gelingt ihm eine meisterhafte Novelle über eine Frau um die 50. Die überaus geschmackvolle und elegante Marie-Steuwe-Sand wird darin von einem maskulinen Gremium beschuldigt, mit bloßer Anwesenheit unselige, ja tödliche Ereignisse zu provozieren. Doch das Hauptverbrechen der ein wenig an Alraune erinnernden dämonischen Grande Dame scheint die geist- und esprievolle Überlegenheit gegenüber der Männerwelt zu sein. Marie-Steuwe-Sand ist beispielhaft für die besondere Gestaltungsfreude im Evers-Oeuvre an starken, unabhängigen Frauen mit magischen Reizen. 1922 erscheint der Roman Geisterseher. Evers erlaubt sich, das gleichnamige Schiller-Fragment zu Ende zu schreiben. Auf dem Buchdeckel ist folgerichtig, der edle Name des Klassikers, neben dem des umstrittenen Alraune-Schöpfers zu lesen. Es geht ein Sturm der Entrüstung durch die Presse, denn sich an Schiller zu vergreifen, sei der Gipfel der Respektlosigkeit. Das Berliner Tageblatt mutmaßt, dass Evers es gewesen sein könne, der in der Weimarer Fürstengruft den Schiller-Schädel stahl. Bessere Werbung lässt sich kaum denken. Die Bücher finden reißenden Absatz. Die nächsten drei Jahre arbeitet er an einem 500-seitigen Sachbuch über Ameisen. Die Myrmekologie, sprich Ameisenkunde, ist ein Spleen, dem Evers schon lange nachhängt. Er züchtet in Hotels sehr zum Ärger der Gastgeber ganze Kolonien der kleinen Krabbler, um sie studieren zu können. Das Buch ist auf dem wissenschaftlichen Stand seiner Zeit und enthält gleichzeitig erzählerische Ausbrüche. Ein paar Worte noch als Gebrauchsanweisung. Durch die nächsten Seiten soll man sich durchfressen. Man muss schon wissen, wie viel Beine ein Tier hat, wie viel Augen und Mägen und andere schöne Sachen. Wie es aussieht von draußen und drinnen, wo es wohnt, wie es sich fortpflanzt. Dann, es hat mir Spaß gemacht, den schweren Stoff mit ein paar Geschichten zu unterbrechen. Weil ich ein Mensch bin, muss ich, trotz dem Gefasel verknöcherter Wissenschaftler, die Ameisen wie alle Tiere menschlich sehen. Anthropomorph. Warum sollen nicht einmal auch Menschen Ameisenhaft sehen? 1929 erscheint der Roman Fundvogel. Die Geschichte balanciert peinlich genau die wissenschaftlichen Möglichkeiten und Risiken einer Geschlechtsumwandlung. Das öffentliche Interesse an dieser Thematik ist immens. Der Roman wird 1930 verfilmt und von der Wirklichkeit im selben Jahr mit der ersten geschlechtsangleichenden Operation an Lili Elbe eingeholt. Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft führt die Eingriffe durch. Ebers und der berühmte Arzt sind seit 25 Jahren befreundet. Der Dichter hatte Vorträge in Hirschfelds wissenschaftlich-humanitärem Komitee gehalten und die vom Komitee eingebrachte Petition gegen die Strafbarkeit von Homosexualität unterschrieben. Gemeinsam mit Hirschfeld hatte er auch Einführungen zu der dreibändigen Prachtausgabe Liebe im Orient geschrieben und der Kunst erotischer Techniken. Nicht zufällig taucht Hirschfeld als literarische Figur im Drama Enterbt und im Roman Fundvogel auf. Der Berliner Kunstpapst Alfred Flechtheim schreibt in seiner Avantgarde-Zeitschrift Der Querschnitt über den Roman Meinem Freunde Hans-Heinz Ebers fällt auf einer Seite mehr ein als anderen deutschen Schriftstellern in dicken Wälzern. Eine außerordentliche Fantasie. Ich beglückwünsche Ebers zu diesem Werke dem interessantesten Buche seit Jahren, das man nicht liest, das man verschlingt. Einen großen Nazi hat sie, einen kleinen Nazi hat sie, hat den großen und den kleinen Nazi gern. Sag zum großen Nazi Schatz, sag zum kleinen Nazi Schatz, und achte aus der Stadt die feinen Herr. Drum tut mir jeder Herr leid, wenn er ihn, der Schweiz verliebt in meine Szenorien. Einen großen Nazi hat sie, einen kleinen Nazi hat sie, denn sie ist im Punkt um Nazi-Kennerin. Der Siebenstäbe-Verlag schlägt Ebers vor, ein aktuelles Buch über die politischen Folgen des Versailler Vertrages zu schreiben. Daraufhin arbeitet er sich vor allem in das Thema Fememorde ein. Der aus diesen Studien gewachsene Freikorps-Roman »Reiter in deutscher Nacht« im Stil Ernst von Salomons und Arnold Bronnens erscheint im Frühjahr 1932 und empfiehlt sich wegen des nationalen Pathos gewissen Nazi-Kreisen. Ebers lernt Röhm, Goebbels, Hitler kennen. Letzterer gibt ihm den Auftrag, einen Roman über Horst Wessel zu schreiben, der Ende 1932 erscheint. Doch obwohl von Ebers auf Linie gebürstet, ist das Buch für die Nationalsozialisten wertlos. Das beschriebene Zuhälter-Milieu ist dem Märtyrer Wessel nicht zuträglich und eine Verbindung von christlichen Predigten mit SA-Agitation unerwünscht. Die Kommunisten werden zwar diffamiert, stehen aber im revolutionären Kampfgeist gegen das Bürgertum auf gleicher Ebene wie die SA. Ein charismatischer Kommunistenführer wird ausgerechnet mit dem Namen Schlageter gerufen, der Mitte der 20er Jahre ein zu Märtyrer stilisierter rechter Freischäler und damit Vorläufer Wessels war. Dr. Wilfried Kugel, Ebers Kenner und Biograf, hat viele Manuskripte und Briefe im Umfeld des Dichters gerettet und bei Recherchen in den 1980er Jahren noch einige seiner Verwandten und Freunde kennengelernt. Oft wird ein vorschnelles Urteil über Ebers gefällt, weil dieser mit den Nationalsozialisten anbändelte. Eine differenzierte Betrachtung ist allerdings angebracht. Sicher, Ebers trat im November 1931 in die NSTAP ein und blieb bis zu seinem Lebensende Mitglied der Partei. Und er schrieb einen schlechten Roman über den SA-Mann Horst Wessel, den er persönlich gekannt hatte. Nach etlichen offiziellen Änderungsauflagen bemerkte Ebers 1932 selbst It's more than a rotten work. Der Roman war nicht antisemitisch, was in Parteikreisen für Missfallen sorgte. Ebers zweite Ehefrau Josefin berichtete später, dass es in ihrer gemeinsamen Berliner Wohnung in den Jahren nach der Machtergreifung von jüdischen Schutzsuchenden und anderweitig verfolgten Freunden und Bekannten nur so wimmelte. Und Ebers half immer, soweit das möglich war. Als beispielsweise der Verleger Erich Reiß aus dem Konzentrationslager entlassen wurde, erreichte er für diesen eine Einreisegenehmigung nach Schweden. Auch einem bekannten Berliner Anwalt namens Rosenberg gelang mit Hilfe von Ebers die Flucht über Frankreich nach England. Um Juden zu ermöglichen, aus Deutschland zu entkommen, besorgte Ebers über den damaligen Berliner Polizeipräsidenten Graf Wolf Heinrich von Helldorf die nötigen Pässe und Visa. Helldorf wurde im August 1944 von den Nazis im Zusammenhang mit dem Widerstand des 20. Juli hingerichtet. Auch Ebers lebte bis zum Schluss gefährlich, denn zu seinem Freundeskreis gehörten auch die Hitlergegner General Wilhelm Ritter von Thoma und Generaloberst Franz Halder. Im Frühjahr 1986 hatte ich die letzte Geliebte von Ebers in Berlin ermittelt. Bei unseren Gesprächen im Café Möhring am Kurfürstendamm berichtete mir die betagte Dame Details aus ihrem Leben und den letzten Jahren mit ihm. Sie fand nur lobende Worte für Ebers. 68-jährig lernte er sein neues Fräulein Braut, wie er sich ausdrückte, kennen. Es war die 28-jährige Diplomingenieurin für Städtebau Rita Grabowski zur Hälfte jüdischer Abstammung. Frau Grabowski berichtete mir, sie habe Ebers erstmals 1939 auf einer Privatgesellschaft getroffen. Während andere anwesende Autogramme von Ebers erbaten, habe sie ihn nicht weiter beachtet. Als er sich dann von der Gesellschaft verabschiedete, habe er ihr einen Zettel mit seiner Telefonnummer zugesteckt. Sie sei zuerst sehr erstaunt gewesen, habe ihn dann aber doch angerufen. Eine intensive Beziehung entwickelte sich. Ehefrau Josefine hatte derweil ein Verhältnis mit General von Thoma. Rita Grabowski war wegen ihrer jüdischen Abstammung in Berlin nicht mehr sicher. Deshalb nahm sie Anfang 1943 durch Vermittlung von Ebers eine Stelle als Stadtplanerin in Prosnitz an, im damaligen deutschen Protektorat Böhmen und Meeren. Der wohl mit Ebers, bekannte Bürgermeister von Prosnitz, habe von Rieters Abstammung gewusst, sie aber, soweit ihm das möglich war, geschützt. Hans-Heinz und Rita blieben weiter brieflich und telefonisch in Kontakt, sahen sich aber nie wieder. Ebers war nie parteikonform. Dafür spricht eine Episode, die sich bereits im Juni 1932 im Kurhotel Fürstenhof von Bad Eilsen zutrug. Der dortige NSDAP-Ortsgruppenleiter beschwerte sich bei der NSDAP-Reichsleitung über das gemeingefährliche Individuum Ebers, das in höchstem Maße das Ansehen der Partei gefährde und bat darum, dass sofort mit allen Mitteln gegen ihn eingeschritten werde. Er war echauffiert, weil Ebers Kinder von Golfclub und Hoteldirektoren sowie Parteifunktionären im Fürstenhof zu einem lukulischen Mah lud, das aus Regenwürmern mit Schlagsahne bestand. In der Geschichte Der Regenwurm-Club erzählt Ebers die illustre Episode, die Wellen bis in höchste Parteikreise schlug, während er in Bad Eilsen seinen Horst-Wessel-Roman schrieb. Im Nachlass von Ebers fand sich die groteske Garten der Rassenschande von 1940. Ich habe diese groteske 2013 im Hans-Heinz-Ebers-Lesebuch erstmals publiziert. Die den Berliner Zoo besuchende Jugend wird hier ironisch vor der Rassenvermischung verschiedener Tierarten gewarnt. Eine Parodie auf die Nürnberger Rassengesetze. Leider ist es mir bis heute nicht gelungen, eine Zusammenstellung der Satiren auf die Nazi-Zeit von Ebers zu publizieren, die ihn als alles andere als einen überzeugten Nationalsozialisten zeigen. Wie konnte es passieren, dass der Kosmopolit Ebers sich den Nazis in die Arme warf, die seinem gesamten Lebensimpetus widersprachen? Die dabei waren, eine sensible Kultur zu zerschlagen, welche Ebers in Bezug auf Assimilation der Juden, Frauenemanzipation, Rechte für Homosexuelle, einen freieren Umgang mit Sexualmoral und eine vollkommene Offenheit der Künste zwischen 1900 und 1930 mitentwickelt hatte. Seine Frau Josefine sagt, dass Ebers den proletenhaften Nazis mit ungewisser Zukunft als Weltmann mit Monokel, eleganter Lässigkeit und als Produkt einer aussterbenden Epoche gegenüberstand, d.h. einer grundverschiedenen Welt angehörte. Auch wenn sich bei dem einst politische Realitäten verachtenden Dichter bereits während des Ersten Weltkriegs nationale Tendenzen regten, ist aus dem weltenfernen Träumer nicht über Nacht ein deutscher Nationalist geworden. Es ist nicht auszuschließen, dass der etwas drogenzerrüttete Ebers die Nationalsozialisten kurzzeitig mit seinem künstlerischen Ich des Nazi-Draufgängers der 1890er Jahre zusammenbrachte. Auch waren seine Nerven wegen der zweiten unglücklich verlaufenden Ehe strapaziert. Eine plausible Erklärung für sein irrationales Tun wird letztlich schwer zu finden sein. Der Germanist Michael Sennewald schreibt dazu, Ebers war so weit wie eh und je davon entfernt, realpolitisches Zweckdenken und fragile idealistische Utopien voneinander zu scheiden. Im Grunde träumte er weiter, nur, dass an die Stelle ekstatischer Trugbilder nun politische Fantasien getreten waren. Überdeutlich sehen wir hier in Ebers noch einmal die Vorliebe des Jugendstils für das eigene Gegenbild, also für die robuste Kraftnatur, für skrupelloses Sich-Durchsetzen zutage treten, weil Ebers selbst nie so gewesen war und von seinem ganzen Erscheinungsbild her auch nicht so sein konnte. Es war der Gegensatz des Lebensgefühls des Ebers ansprach, nämlich die rüde Tatkraft, ein unreflektierter animalischer Vitalismus. Man braucht über die Faszination, die der Nationalsozialismus zunächst auf Ebers ausstrahlte, nicht verwundert zu sein. Eher wäre der umgekehrte Fall bemerkenswert, denn nicht der politische Aspekt, das globale Programm der Nationalsozialisten zogen ihn an, was ihn blendete, war deren substanzielles Anderssein. Auch die politische Philosophin Hannah Arendt sieht in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft eine zeitweilige Annäherung zwischen sogenanntem Mob und gewissen Teilen der Elite. Beide entstammten dem Rand der Gesellschaft, kannten die Erfahrung der Ausgrenzung und hatten einen Ekel vor bestehenden Werten und bürgerlicher Zufriedenheit. Der aus einem expressionistischen Milieu stammende völkische Autor Hans Joost prägte die Sentenz Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Doch Evers musste schnell bemerken, dass das nicht mehr ein Spiel mit Worten war. Denn gleichzeitig gehen seine jüdischen Freunde einem furchtbaren Schicksal entgegen. Arthur Lanzberger und Egon Friedell werden in den Freitod getrieben. Erich mühsam wird ermordet. Else Lasker Schüler, Magnus Hirschfeld und Alfred Flechtheim sterben verarmt in der Emigration. Deutsche Männer und Frauen das Zeitalter eines überspitzen jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch Goebbels Rede zur Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz ist ein riesenhaft inszeniertes Spektakel. Neben den Büchern von Freud, Remarck, Tucholsky und Kästner werden auch Werke von Evers verbrannt. Mit dem Roman Alraune bringt Evers das Kunststück fertig, gleich zweimal verbrannt zu werden. Denn das Buch war bereits während des Ersten Weltkriegs wegen politischer Bedenklichkeit auf den Scheiterhaufen geworfen worden. Und was macht der Gefallene schwarze Engel der deutschen Literatur? Er stürzt sich wieder alle Vernunft noch stärker in den Abgrund. Neun Tage nach der Bücherverbrennung veranstaltet der gleichgeschaltete Schutzbund deutscher Schriftsteller im Berliner Luxushotel Kaiserhof einen Empfang für regimekonforme Autoren und Verleger. Die Dresdner neuesten Nachrichten berichten Hans-Heinz Evers würdigte in seiner Begrüßungsansprache die Verdienste des Reichsministers Dr. Goebbels als Schriftsteller und Redner und bat die Reichsregierung, dass sie ihre schützende Hand über die deutschen Schriftsteller und Verleger halten möge, damit die so lang ersehnte Einheit zwischen nationalem Schrifttum und Verlegertum verwirklicht werden könne. Am Schluss der Veranstaltung brachte Hans-Heinz Evers als besonderes Zeichen der innigen Verbundenheit der deutschen Schriftsteller und Verleger mit der Reichsregierung dem Minister eine von dem Berliner Bildhauer Walter Wolk geschaffene Hitler büßte. Anstatt sich in dieser heiklen Situation zurückzuhalten, setzt Evers auf die schlechteste aller Karten, die der Anbiederung an die neuen Machthaber. Infolge entwickelt sich eine nicht aufhören wollende Pressekampagne, welche selbst für den in Sachen Kritik abgehärteten Dichter unvorstellbar ist. Es wird kolportiert, dass die volksvergiftenden Erzeugnisse des perversen Phantasten und schlimmsten Schmutzliteraten nur zu Recht den Flammen übergeben worden seien. Insbesondere die Begrüßungsansprache an Goebbels sei ein Verbrechen, denn eine öffentliche Verbindung mit Evers wirke auf alle anständigen Deutschen wie eine verlorene Schlacht gegen den Kulturbolchevismus. Auch wird der Dichter als Judenfreund beschimpft und die völlige Ausmerzung seiner Schriften angeregt. Evers, der noch immer nicht begreift, dass mit den neuen Herren nicht zu spaßen ist, will unbedingt das Wesselbuch ins Kino bringen. Ihm schwebt eine Filmästhetik im Sinne von Eisensteins Panzerkreuzer Putjomkin vor. Zwischen Juli und September 1933 wird der Roman mit Paul Wegener als russischem Kommunistenführer mit Lenin-Zügen verfilmt. Hermann von Wedderkob, den Evers noch gut aus der avantgardistischen Galerie Flechtheim und dessen Zeitschrift Querschnitt kennt, schreibt darüber ein sehr großer Eindruck, völlig neu in der Sachlichkeit seines Berichtes und besonders in der Großartigkeit der Massenszenen. Und tatsächlich vergleicht der Pariser Journalist Jules Sauerwein Horst Wessel mit dem technischen und künstlerischen Meisterwerk Panzerkreuzer Putjomkin. Doch der Film wird sofort verboten und darf nur noch in stark gekürzter Fassung unter anderem Titel laufen. Kein Mensch kann sich auskennen, was heute eigentlich verboten und was erlaubt ist. Es ist viel gescheiter, man fragt erst gar nicht, dann fühlt man sich wenigstens in seinem Gewissen unschuldig. Wenn man erst anfängt, sich zu erkundigen, mein Gott, man braucht ja nur gegen den Wind zu niesen, schon hat man ein ganz eigenartiges, neu erfundenes Verbrechen begangen. Ende Juni 1934 steht Evers im Zusammenhang mit dem sogenannten Römputsch auf den Todeslisten der SS, kann aber untertauchen und dank Interventionen einflussreicher Freunde entkommen. Ein Generalverbot seiner Schriften ist angeordnet und Goebbels selbst verbietet den Wessel-Roman. Es folgt ein Veröffentlichungs- und Schreibverbot. Der kreative Geist und Projektemacher leidet schwer daran, dass seine Bücher nicht mehr vertrieben werden und er nicht mehr publizieren darf. Er hat für die geistige und politische Situation in Deutschland nur noch galligen Humor übrig und findet das letzte Publikum in den Lesern seiner Briefe. An Josefine schreibt er über eine Konferenz internationaler Schifffahrtsrechte in Den Haag, die von der holländischen Königin Wilhelmine geleitet wurde. Laut dem Bericht haben nach einem ausgiebigen Mahl mit Bohnen und Speck die Majestät zu ihrer eigenen Verlegenheit während der Tagung laut furzen müssen. Der französische Botschafter sei geistesgegenwärtig aufgestanden und habe sich für den Fauxpas entschuldigt. Darüber habe sich der deutsche Botschafter geärgert, weil er nicht selbst auf das Kavalierstück gekommen sei. Als ein weiterer Furz der Erlauchten entglitten, sei der Deutsche aufgesprungen, habe die Hacken zusammengeschlagen und gerufen, diesen und die nächsten drei übernehme ich, Heil Hitler. Am 3. 11. 1941 erscheint ein Artikel im Düsseldorfer Mittag, der einen auffällig anderen Tenor trägt. Der Schriftsteller Hans-Heinz Evers, ein Sohn der Stadt Düsseldorf, ist soeben 70 Jahre alt geworden. Zwei vortreffliche Eigenschaften darf man ihm unbedingt nachsagen. Er ist ein guter Freund und treuer, neidloser Kamerad für alle, mit denen er sich versteht und hat einen Sinn für Kollegialität, wie man ihn unter Künstlern leider nicht häufig antrifft. Außerdem ist er ein aufrichtiger echter Deutscher und Vaterlandsfreund. Hans-Heinz Evers gehört auch zu denjenigen Schriftstellern, die sich früh dem Nationalsozialismus angeschlossen und ihre Begabung in den Dienst der Partei gestellt haben. Der Geburtstagsartikel von Herbert Eulenberg, den mit Evers eine lebenslange Freundschaft verbindet, ist sicherheitshalber mit dem Pseudonym Lünkheus gezeichnet. Die Antwort des 70-Jährigen vom 7. November 1941 an Eulenberg hat sich erhalten. Soeben kommt ein Brief mit dem Zeitungsausschnitt. Oh lieber, was hast du mir angetan? Womit habe ich das verdient? Ich weiß, dass ich ein Narr bin. Da darfst du mich ruhig so nennen. Aber Schriftsteller genannt zu werden, diese Beleidigung hätte mir erspart werden sollen. All der absonderliche Schmus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kamerad anderer Schriftsteller. Ich? Ich liebe einige wenige schreibende Menschen. Aber die Masse aller schriftstellerischen Zeitgenossen verachte ich tief und will nichts mit ihnen zu tun haben. Wenn ich ihnen auch neidlos alle klingenden Erfolge gönne. Und diesen Scheißkerlen und Arschlöchern, die mich und dich und alle anständigen Menschen, die Talent besitzen, verboten haben. Diesen Lumpen sollte ich Kamerad sein? Und diese jämmerliche Kunststadt Düsseldorf, die stets alle wahre Kunst mit Füßen getreten hat, die ihren größten Sohn Heinrich Heine bespeit und stets bespielen hat. Die sollte ich als Vaterstadt anerkennen? Bitte verzeih mir, aber es ist wirklich wahr, dass diese gut gemeinten Zeilen mich tief verletzt haben. Gott sei Dank hat sonst kein Blatt von mir Notiz genommen. In einer offenen Karte die Nazis als Scheißkerle und Arschlöcher zu beschimpfen, grenzt in dieser Zeit ein Wahnsinn. Zumindest dokumentiert es, dass Evers mit dem Leben abgeschlossen zu haben scheint. Er ist, wie seine Figur Alraune, mit der Magie des Abgrundes spielend in traumwandelnder Höhe aus der Balance geraten und abgestürzt. Hans-Heinz Evers stirbt 1943 vereinsamt, in seiner Wohnung am Berliner Tiergarten. Seine letzten Worte an die Sekretärin sind Jennylein, was war ich für ein Esel. Verehrt und angespien Die lange Nacht über den künstlerischen Grenzgänger Hans-Heinz Evers von Sven Brömsel Es sprachen Gabriele Blum Wolfgang Rüther Simone Kapst Max Urlacher Thomas Fedrowitz Ton Bernd Friebel Regie Rita Höhne Redaktion Monika Künzel 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 Künzel